... Vielen Dank. 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 Marius? Das ist dein... Ja? Das ist ein... Ja? Ich... 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 ... Ich... 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 ... 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 Ich hab jetzt nicht über die StarTG irgendwas gemacht. Hast du hier, bist du gar nicht zu nah? Nee, gar nicht. Du musst eigentlich schon mal trinken. Kann man sich noch dazu... Wie ist es aus? Weißt du, wie man jemanden zuflügt? Über Attendees oder? Ähm, Attendees, ja. Auf Attendees gehen? Das ist die Website, oder wie? StarTG, ja genau. Über die, also SmashTG, die früher hieß ich. Okay, okay. Äh, dann machen wir auch noch zu lieber, aber dann kann man auch schön... Wollen wir mal einen zuflügen? Äh, ja, wie kannst du dich dann? P. Diddy. P. Diddy? Ja. Hast du schon einen Account? Mit dem Strich, oder was? Nee, nee, einfach so zusammen. So. Genau, ja, passt. Achso, ich hab gar keinen Account. Das kann ich damit dann... Es gibt sehr viele, die auch so heiß werden. Keine Ahnung, egal, ich hab mir nur wieder... Passt schon. Okay. Ähm... Wie gut bist du? Äh, sehr, sehr schlecht. Ich bin... Ich hab gegen den Meister gewonnen. Er ist der Meister? Ja. Nee, nee, er hat gegen den anderen gewonnen. Ja. Ja, ja, ja. Er ist gegen... Ja, ja, ja. Er ist gegen... Ja. Ja, 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 ja. Ich kann nicht, wenn sie sagt so. Ich kann noch nicht... Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, wer Gaber ist, aber... Okay. Ja. Ja. Ich weiß aber, der hat auch noch nicht Geld gewonnen, oder? Ich will so. Ich will so. Ich will so an sagen, jetzt geht los und... Äh... Äh... Jetzt geht's los, ja. Jetzt geht's los. Wo? Ist der Zeit ab? 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 Kann man starten? Ach so. Wir können schon mal ansagen. Ja, das ist... Geile Namen. Nein, nein, nein. Ja, Attacke! PD gegen Superman! Da vorne! Superman? Live on stream! Superman live on stream! We need to cast the team! Oh! Oh! Superman Lcole! Superman Lcole! Okay, jetzt geht's los, oder? Dann geht's los, oder? Ja. Okay, erstmal... Oh! All right, matches are... PD, Superman on stream! We need to cast the team! Ace vs. Juggle! Woo! Strawstream vs. RML! Marley Ohlang, Young Ulrich Gabatunami, Magic Golf, Ferd Witzker, Tafsi Pinkbert. Wer ist das? P-D-D-Li und Zutonami. Das hier. Wir sind 17er. Wer ist mein Matchup? Wer ist das? Maru? Oh, wir! Alles ist bester Fall, ne? Alles ist bester Fall. Okay. P-D-D-Li, okay. Alles ist bester Fall. Was? Los geht's. Oh shit, ich kommentiere das jetzt. P-D-D-D gegen... Es ist Ratatouille und Commentary. P-D-D gegen Superman. Geht's los? Superman geht direkt rein in die... Oh nein! Sorry. Okay. Ok. Okay. So. Muss das abhaben. Oh, es geht los. Superband, direkt starker Start. Das geht ja schnell. Das geht ja schnell. Okay. Auf jeden Fall in die Seile. Aber Superband fällt runter. Kleiner ist die. Passiert den Besten. Ach so. Es geht gar nicht los. Es geht noch nicht los dazu. Ja, das ist die Proberunde. Ja, bei der Proberunde können wir ja schon mal ein bisschen Playstyles analysieren würde ich sagen. Oh. Schöner Double Jump Read. Oh, er wartet auf den Up Throw. Äh, Up Smash. Also die machen hier solide Sachen. Mach jetzt willst du deinen Kommentar als professioneller Fox Spieler. Ist der so groß oder was? Ne. Das ist die Aufwärmrunde. Ah, okay. Superman. Was ist lustig? Es gibt einen Superman-Skin von Gennendorf. Echt? Ja. Es gibt Batman von Falken. Ja. Batman von Falken und Superman von Gennendorf. Es muss dir mal jemand sagen. Wir machen dem extra die Spin hin. Coming from the tournament that brought Geldmann to you. Genau. Der Superman. Geldmann, NRW-Mann. Haram Boy. Stars Dream Man. Ich hab mal geguckt, weil ich meinen Tag ändern wollte auf Maru. Ja. Es gibt ungefähr zwölf Maru auf Smash TV. Auf jeden Fall ein geiles Zoll. Ich würde sagen, das ist ein... Gewonnen! Sehr einfach so zu sagen. Gewonnen! Nein, nein, ich hab noch nicht gewonnen. Das war die Proberunde. Du musst jetzt erst mal, du musst dich erst mal ballern jetzt. Okay, jetzt werden wir erstmal. Let's go, ey. Die was? Achso. Ähm. Warte mal, kann man mit Y oder Y war das, ne? Was? Die, die Static? X. Okay, drück auf Start beide. Jetzt drückt ihr nochmal auf Start. Jetzt drückt ihr auf, genau. Jetzt drückt ihr auf. Jetzt drückt ihr auf, genau. Jetzt könnt ihr... Ich würde sagen, macht Xing-Shang-Shang und der Gewinner sieht's aus. Das ist einfacher. War das das erste Spiel oder war es nur Warm-Up? Mhm. Warm-Up. Ah. Jo, das ist extrem Hype. Oh! Oh, no. Oh! Haramboi auch endlich mal und streamen. Nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Aber das ist nur das Spiel. Es ist aber jetzt aus. Haramboi auch endlich mal und streamen. Komm los, dich. Mh. P. Diddy. Sehr geduldig gerade. Geht. Wieder mit einer Versuchung. Sack. 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 Oh, weicht gut aus. Sack. Man hat schon rausgefunden, dass er fähren kann mit Ganondorf. Damit hat er echt... Oh. Geht's los? Ja. Das ist hier official. Ja. Er macht auf jeden Fall A-Moves. Das ist schon mal, glaube ich, gut. Vor allem mit Ganondorf. Get his ass, ey. Okay. Oh. Er hat ihn gepuncht. Okay. Ja. Er kennt den Punch. Und die Macht. Mh. Oh, Schade. Oh. Oh. Schade. Aber gut, der Erdorch. Gerda Erdorch. Stark, stark. Muss man ihm lassen, dass er tippt ihn in das Face. Profession Spieler. Okay. Der nächste Hit könnte schon das erste Chaos sein. Ja. Oh, die Becke. Jetzt killt langsam auch. Oder es killt schon lange. Der Upsmash von Fox. Oh. Uuuuh. Abirid. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Er muss ihn nochmal treffen. Einfach eine. Aber kriegt er das hin? Oh, er grabt Shield Grab. Oh, er... Runter, mach runter, mach runter. Ah, schade. Er hat 20% somit geholt. Was geht bei Ganondorf? Alles. Alles. Er hat ein bisschen verrücktes Movement. Er hat ein bisschen verrücktes Movement. Ah, okay. Ah, shit. Er kann so mit den... Mit Plattformen Wave Dash. Das kann er ganz viel machen. Ähm. Aber nicht, wenn Fox die ganze Zeit Sakurai kommen muss und du Upsmash macht. Oh, Fsmash, Fsmash, Fsmash! Oh, nein. Superman wird nervös. Erfischt, ey. Erfischt. Ja, aber ich mein, Superman hat halt hier auch einen krassen Counterpick. Der geht danach einfach F2 und dann ist es vorbei. True, true. Ah, Kick. Oh, noch ein. Oh, schöner. Ja, ein bisschen so ein Matrix-Dodge. Jawoll. Kick, eben weg. Ah. Ach. Ach. Schmissle wie Styrik gesagt hat, dass Saramo endlich mal ins Stream ist. Oh, no. Oh! Oh, Nades! Oh, Nades! O, Nades! Ja, das ist genau alles gleich wie F1, wo es die Muse macht und alle was andere ist. Also aber visuell ist das gleiche. Er hat auch den Punk und so… Der hat nämlich dann auch nicht zu gut. Was? Der hat nämlich dann auch nicht zu gut. Ist schon okay, also dies ein bisschen… Vor allem wenn der Gegner nicht edgeguardet, ist sie ganz gut, weil du halt viel langsamer fällst und dabei dann halt viel mehr andere durch dich in der Luft bewegen kannst und so. Kannst viel auf der Downbeam machen. Was? Kann viel auf der Downbeam machen. Kannst zum Beispiel zweimal Downbeam, einfach zweimal seinen Jump zurück, dann halt kaum fällt. Ist schon der schwerste, der schwersten Charakter auch, oder? Ja, also vom Gewicht her. Ja, das meine ich. Sind die beiden neu hier? Ja. Ich hab ja auch noch beinahe noch nicht spielen. Ich wollte es an der Fall mal. Das nimmt auf jeden Fall auf die Zeit rausschauen. Oh. Also noch nicht. Aber... Ich guck mal so. Ich kann das auf jeden Fall noch locker holen. Ich muss ihn nur ein bisschen kicken. Aber P Diddy... P Diddy ist ein bisschen ausweichen hier. P Diddy ist ein bisschen am ausweichen hier. Spielt defensiv. Ich will gar nicht. Ich muss da aufpassen, sonst wird die Crowd noch mad auf ihn. Okay. Oh, wie näher gekommen wär. Oh, schön. Wenn das nicht fair gewesen wär, wär der tot? Das war mit Double Jump und allem. Ja, ne. Er rennt ent... Das ist so fucking spannend. Das wär ja sein. Oh. 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 Okay. Wir sind zurück in den Equal Stocks. Ja. 0-0 ist das? Das sind beides... Das sind beides Survivalisten. Oh, shit. Ich steh hier. Oh, nur noch 0-0? Ja. Wer ist gern denn? Superman aus. Gegen P Diddy, Alter. Er meinte, komm doch! Er meinte, komm doch! Er ist nicht aus wie... Oh, oh. Out of Game. Trasht her? Marius, meinst du mal anfang? Ich hab 3-0 gewonnen. Äh... Äh... Ja. Wollen wir nach dem ersten Match-Sport war uns das auch ausspielen? Ja, ja, klar. Oder? Ich muss gern neu. Ich hab eigentlich nicht so oder so. Jemand hat geschrieben, Harambo ist endlich mal on streamen. Marik war das. Wo ist er denn? Oh, mein... Ach so. Nee, ernsthaft? Ja, ja, ja. Ich get it, so. Aber... Schlitz nach Harambo ist 12. Wer ist denn Harambo? Wer ist denn Harambo? Wer ist denn Harambo? Wer ist denn? Ja, ja, ja. Hey, legen wir los. Ja, was passiert? Kann ich ja auch spielen? Ja, ja. Hier, die, 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 die... Ja, ja. Ja, klar. Also ihr könnt eh weiter spielen. Okay, also... Es steht an 1-0 für ihn. Ihr könnt... Ihr könnt... Ihr könnt... Best auf 3, glaub ich. Macht mehr Sinn werden. Also... Wer zuerst 2 hat, gewinnt. Nö, Nö. Jö, Jö, Jö. Ich hätte hier einfach... Entschuldigung! Jö, Jö, Jö! Hahahaha... Hahahaha... Au! 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 Wir gehen gerne, doch. War der Beste gerne, doch? Super. Wer hat das erste? Wie hat er das erste? Wo sieht die Maus aus? Da, genau. Da runter. Ich hab heute zweimal gerostet. Ne, einmal ist er runtergekuckt. Zweimal. Aber einmal habe ich so viele Roste erkannt, dass ich mich dann noch an der Hand schmecke. Und dann haben wir 120 Prozent aufzunehmen. Boah. 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 probably bei 15 H� kant. Boah. Boah. Wie war, wie war wie immer. Aber nicht questend. Wie war, wie war. Vielen Dank. Gabbazanami. Ach, du musst Gabbazanami. Du musst gegen Go. Azara, 3-0 für Djurgo. 3-0 für Djurgo? Wir gegen NRW Mann und den... NRW Mann? NRW Mann und Superman und P Diddy. Ja, Mann, P und Sleeve. Loser, 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 Loser. So, wahrscheinlich einer von ihnen. Good luck with that. Als ob das Brackett gerade erst angefangen hat. Wie spät habt ihr denn an? Ja, wir haben zu 50 Shiller. Du machst es sehr gut. Danke. Auch wenn es zu spät war. Wenn die Hospitalisierungen sind so hoch wie nie. Also nicht jetzt. Ja, das ist echt warm, ne? Es ist so ein bisschen Winter, dass er da so hoch wie nie wird. dass er da so hoch wie nie wird. Hä? Ja, genau. Oh! 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 Oh, was zeICH! Oh! Oh, ich warte! Oh! Betty Hop! Oh, hey! Oh! Superman! 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 Oh… Oh… Oh! Oh! 1-1 Super-Man! Ich muss weiterspielen, doch. Es steht 1-1. Nein! Ich habe mein letztes Spiel gewinnt. Ach so, hab ich nicht mitbekommen. Sehr schön. Oh mein Gott! Was ist denn Upset? Bing, Bing. Konstantin nehme ich. NRW-Mann. Muss gegen Superman. Aber der ist gut, Achtung. Er ist auch gut, aber ich meine dich. Sehr gut. Ich bin ja da drübenes. Annen Sie einen Film, ein Malmögen? Ja, ich habe einen Film, dass beimiger die Alter von Nürnberg ist. Kann ich mich zählen? Dann ist das eine Film. Okay, das ist ein Film. Oh! Oh! Ja, 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 ja. Oh, sorry, your fingers are too small to dash dance. Losing is the magic. Ja, ja. Ja, ja, ja. Niedelstück! Ja, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, Yoshi? Wait. Der Counterpick? Oh! Oh mein Gott. Oh nein! Let's go! Die Counterpicks kommen raus. Das beste Counterpick gegen Käpt'n Falken ist anscheinend Käpt'n Falken. Und gegen Genedos Yoshi. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, das ist kein Starter. Pokémon Starter. Ja. Seht ihr ihn als Starter? Wer macht denn sowas? Mach mal drauf. Weg dann mit dir. War sehr komisch. Als wir dann online gespielt haben und so. Weil gegen Rollback war das dann disabled. Transformations. Und dann als wir hier angefangen haben, waren die noch da die Transformations. Und dann ist alles so, was the fuck is this? Warum ist der ein Ruck? Das ist gut. 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 Jetzt nehmen wir den anderen. Ja. Oder, oder? Eine in deinem Satz. Achso. Ähm. Na, das ist hier. Das ist okay. Ah! Oh! 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 And then go to Japan for 6 Monate! Wenn du und das so, in dieser Stelle. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Ganz spannend. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. I think what you're trying to do right now works a lot better on the stage. I don't know what I'm trying to do. I don't know. I don't know. I don't know. Superman. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Vielen Dank. 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 No. Was? Hallo Berlin. No. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wow! Oh! 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 so here we have pete versus puff on fd three minutes left timeout is on the table but it's probably not gonna happen but i don't know what to say oh nice neutral game and we're just looking for the next rest the next what we're just looking for the next rest rest i don't think a rest is happening no it's too high percent i think i don't know what i'll take uh one picture spot wait what did you say i didn't get what you said no rest with single it does but how do you get a rest there's no setups now like you either rest in neutral which is insane because if you mess you lose like isn't there something like after all not on pizza and definitely not at 110 it's you could have still rest but not at this percent and if you're cracked you can do like downer rest i think we're looking for this okay then it's popping off yeah yeah okay also dann hat heides doch richtig gecord mit dem counterpick come here and commentate i don't know about the game that's fine okay okay do you think i know anything about this game i'm like okay 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 let's see i'm looking for here three main counterpick yeah so now up to rest is a thing yeah that could happen but do you want to do it now it's already like that's stupid right if you are really 69 yeah no no well the best trading up trading even i don't think pete's can kill puff at 69 no no not on dreamland definitely maybe on like the yoshis or stadium but so why does that's that's called dreamland puff goes dreamland because i think is puff lives wants to live a long time because she can asgard peace but peace can't really ask her puff yeah so it just pick a high net so like living long is a good thing for puff because yeah like you basically to kill puff you need to kill her like you send her through the bathroom but with peace you can throw her off and then as good but now we can go for rest now 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 well it now how do you find the rest because well first of all it's very close to trading stocks yeah yeah now i don't i don't actually know how pete's kills puff like what's the best rest punish maybe like upper but that seems like it wouldn't kill grab and then just try to get as much damage out of it as you can yeah yeah no but to kill like a kill percent what do you do i don't know maybe f bro but uh it's one zero i think oh it's one one it's one one okay yeah now a rest would be great also upper rest is a thing where you get like a falling upper and then you can rest but the thing is you see also i feel it gets crowd canceled too so that's yeah yeah i also have to be careful of the down yeah yeah huh oh yeah look at my losers hang so weit so we can't connect godless oh yeah i think you could have lived so if you let's say you lose treatment here will you take it back to dreamland then yeah you probably do oh yeah i think it's just the counter pick honestly okay it's not looking back we're not getting anything else between them you think you can bring it back is he bringing it back pete can never bring this matchup back it's really hard but puff can you just you just rest like imagine he wins neutral twice now then gets stuff and gets the stock and then rests is zero suddenly he's actually winning yeah yeah and that's not a lot that's like three you know it's hard to get the rest but it's not unreasonable like yeah yeah i mean that's honestly why the message anyway you know to win the message right i mean you don't have to have to but i mean no you can definitely win without rest thing is like historically this matchup should be really bad for uh pete yeah but um that's only oh nice tech that's it that's it yeah nice yeah see now he gets a rest and now suddenly he's winning because i don't think pete's can even kill off the rest running so you look for grab here grab doesn't doesn't give you rest on pete it's only a spacey thing i mean now you can you know you still can you still can you still can what's the percentage that you in which you can't go for rest anymore versus pizza it's hard to say oh he has a stitch okay it's like now he still can see like i've still sent it to the sky so that doesn't work anymore okay so you can really only get up to the rest if they're like really low percent yeah it's like or if they're heavy characters but well it's not heavy it's fastballers but um thing is if if pete is on the ground then she can cc the upfield crowd scan yeah and if she's past cc percent she can't get up till rested anymore because she's just gonna flow fly off anyway yeah so what you should well the only way to get that i think is uh to basically catch her out of the sky like out of the air as she comes in with i mean now but that's really hard now you can't rest anyway yeah now i think it's good you just have to be in this stock and then you can rest it again yeah rest is on the table it's back it's back on the menu rest is on the table it's made through again it's really hard like upper rest could be a thing the thing is he also is just like one or two neutral winds off of that yeah exactly okay but again so is pete yeah you see that's it probably could have rested that if it was cracked you could have rested that this is actually really close also never rest is a thing though it's kind of janky oh that's it yeah yeah okay let's see if we're going back yeah probably i think it's really unlikely that we don't let's go third i want to see i want to see how falcon how fountain i want to see how i want to switch the character mid-set imagine dude that would be the biggest fucking mix-up of all time if you're all of a sudden just you've been practicing oh you need to play yeah i need to go if you've been practicing like a different character all this time and then just mid-set you whip out the pack and you're like now that happens sometimes i i'm new toking one falcon against bp once and the mutu king for a one ganon versus true that one it's not a fucking defense it's a better battle for the other okay guys there's not so many i need to go back up there's nothing happening there's nothing 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 just me i'm out yeah we're out or what's right we're out we're out yeah 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 okay okay yeah 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 Ich würde schwitzen können. Du. Und dann... ...Straw Stream. Okay, okay. Du bist raus jetzt, aber wenn du willst, kannst du mit mir hier kommentieren. Komm, wir erzählen den Leuten mal, was hier abgeht, okay? Superman on the mic, ey. Superman on the mic. Willst du uns mal erzählen, wie dein Spiel heute war, deine ersten Spiele? Ja. War's gut, ja? Ja. Du hast gewonnen, oder? Ja, ein Spiel. Ja, war krass, ne? Willst du jetzt nur noch das Spiel spielen? Jetzt gehst du nach Hause und holst ja auch gleich was, oder? Zum Zocken. Zocken? Ja, holst du jetzt zu Weihnachten gleich auch mal was. Dann kannst du zu Hause weiter spielen. Ich hab den Schack. Hast du das Spiel auch zu Hause? Ja. Ja? Dann kannst du ja trainieren. Also ich hab einen... Oh, hier kann man gucken. Ja, hier ist... Guck mal, das ist, was die da auf dem Fernseher spielen. Und guck, da siehst du die echten Emotionen direkt neben dem Bildschirm. Der Jan ist grad gar nicht glücklich darüber, aber jetzt kann er es vielleicht zurückkriegen. Wer ist Jan? Jan ist der rechte von den beiden. Jan ist... Guck mal, hier auf dem Bildschirm ist er dieses kleine lila Ding. Jigglypuff. Der Jan? Nee, der rechte von den beiden. Genau. Und grad führt Dennis 2 zu 1. Dennis ist... Dennis ist die Frau da mit dem Kleid und dem Haar. Und der führt jetzt auch gerade. Der hat noch drei Leben und Jan hat noch zwei Leben. Jan muss jetzt das Spiel gewinnen, dass es weiter geht. Wenn er das Spiel verliert, dann ist er raus. Also da ist er nicht raus, dann ist er im Losers. Dann spielt er quasi gegen... lass uns mal schauen... Loser of O. Wo haben wir Loser of O? Winner of AB. Der spielt dann gegen die Leute, die hier sind, ja? Und der... Und der... Und ich... Und ich geh nicht nach... Dieser Mann hat gesagt, ihr... Ihr bringt... Ihr bringt mich irgendwie nach Hause. Und... Jemand bringt dich nach Hause gleich? Ja. Deine Eltern sind weg, oder was? Nein. Die sind nicht zu Hause, aber ich hab Angst. Achso, ja, ja. Dich bringt auf jeden Fall jemand nach Hause gleich. Wo wohnst du denn? 20 Minuten... So... 25 Minuten. 25 Minuten? Ja. Ähm... So... 15. Also... Sophie Charlotte. Okay, ja. Das ging auf jeden Fall später hin. Ja, du musst dich allein durch Sophie laufen. Also... Sebastian und ich müssen gleich... Kannst du's mal auf der Karte zeigen, oder wie? Er hat jetzt die Pfanne... Ja... Naja... Nicht mit Ihnen. Oh, was ist hier passiert? Wissen sie nicht, was wir wollen? Doch, die... Charlotte... Was? Sch... Charlotte... Da. Wo ist das? 69. 69? Spandau-Damm 69. Da wohnt ich. Spandau-Damm 69. Warte, guck mal ein. Spandau-Damm 69. Da wohnst du, ja? Ja. West End? Ja. Ja. Das liegt ja später auf dem Weg nach Hause. Sebi und ich gehen eh später nach Hause, dann können wir nicht abliefern. Das ist kein Problem. Wir gehen gleich. So in 10, 15 Minuten oder vielleicht in 20 Minuten. Ist das okay für dich? Ja. Ja. Also er muss, glaube ich, noch ein Spiel gleich spielen, dann gehen wir nach Hause. Nee, das ist nicht West End, das ist da. Ja, ja, aber das ist in der Nähe von West End, weißt du? Ja. Ja, ja, das ist okay. Da können wir dich abliefern, ja. Ja, ja, okay. Also es dauert noch kurz. Mal gucken, mein Mitbewohner ist der, wo er gerade gegen... Der Mitbewohner? Ja, ja, wir wohnen zusammen. Es spielt gerade gegen die Frau mit der pinken Maske. Und das gewinnt er wahrscheinlich. Wer ist der mit? Na, der mit der weißen Maske und dem Schal da an. Genau. Der da? Nee, dahinter siehst du gerade nicht. Der da? Nee, dahinter siehst du gerade nicht. Nee, nee, das ist... Der da. Der da. Der da. Nee, nee, es ist da nicht. Der da. Der da. Der da. Der da. Der da. Der da. Wer ist der? Nee, das wissen wir noch nicht. Der da. 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 Das ist jetzt los. Du weißt, du weißt, wie sie nach Hause kommst von hier? Ja, wie sie alleine? Du weißt, wie du nach Hause kommst von hier? Na, ich hab... Du weißt es nicht. Okay. Wenn du Angst hast, dann schicken wir dir die Jungs mit, ne? Wie? Wenn du Angst hast, dann schicken wir die Jungs mit, ne? Ich meinte, Spandau war dann 69, ne? Ja. Okay. Ich kenn jemanden, der da wohnt. Oder hat gewohnt hat. Die Mannheit, der das hast du bewohnt. Okay,eh... Agme, der hat Angst, wenn er Vegas alleine geht. Wer ist erster? Der im Bezug? Ja, jetzt. Also ab neun ist Kind dann nicht mehr erlaubt. Ihr könnt danach zurückkommen natürlich. Das ist auch, aber ich meine, das ist auch das Richtige. Du kannst auch jetzt die Polizei rufen und sagen, ja, das geht, das ist nicht so. Oh, shit. Oh, shit. Bist du danach jetzt gegen ihn oder was? Bist du danach jetzt gegen ihn? Ja, jetzt gegen Strauss. Ja, komm, lass mal spielen. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee... Okay. Vielen Dank. 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 True. Okay. Hi. Ich bin Heidi. Hallo. Ich bin der Theo. Ich darf das. Wer bist du? Darius. Hallo Darius. Okay. Sauer. Ah. Doomdude. Doomdude. Okay. An den Hacken. An den Hacken erwischt. Ja. Ja. Oh my God. Oh my God. fast schon der Brudy. Do you know. Do you know what you do. Do you know what you want to do. War es vielleicht ein bisschen zu viel Vertrauen in die Tag-Chases? Oh, ja, er kriegt den Down-Throw. Er kriegt wieder das Follow-Up nicht. Er ist ein bisschen zu schnell an den Follow-Ups. Er muss ein bisschen halt warten noch. Oh, schon wieder zu schnell. Ach Mann, ey. Und dann geht er immer in die Invincibility von dem Tag rein. Und das ist ein 3-0 für Julian. Julian, das ist das erste Turnier, seit er wieder zurück in Berlin ist. Und er macht direkt einen grandiosen Run hier. Der war schon öfters hier. Aber das erste, Jedo, seit du wieder hier bist, oder? Ja, schon. Ja, Kollegen. Der erste Jedo, seit Berlin. Sehr gut, sehr gut. Du musst das. Okay, äh, hast du die ganze Zeit Falken gespielt? Ich habe erstes Game Captain Falken gespielt. Und Julian, die ganze Zeit Falken? Ich glaube, die anderen sechs Leute im Chat. Ich glaube, Julian, das ist der Falken. Das ist der Falken. Das ist der Falken. Das ist der Falken. Ich spiele vielleicht zwei Wochen wieder. Seit halt davor, glaube ich, das ist einmal hier gewesen, an seinem Geburtstag, was fast ein Jahr her ist. Fast ein Jahr her ist. Ja. War nicht der Geburtstag? Nein. Nix war nicht. Und es geht direkt weiter mit Mali gegen Konsti. Das ist Handwarmers. Ah, Handwarmers. Okay. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Handwarmers? No way. Oh! Gebannt. Das ist qualifizierend. Get this way. Malik kriegt sich die Hände warm. Schön. Okay, wir haben Magic gegen Tuff C. Das musste passieren. Die sind sechster und siebter C. Was rollst du denn? Ghorf hat Juggle gesiegt. Wie ist der? Juggle besiegt? Gabba Tsunami und Juggle besiegt. Let's go. Der Ghorfinger, Alter. Magik, wir müssen Tuff C spielen. Du bist siebte und er ist siebte. Also du solltest das verlieren. Ja. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich wollte ein bisschen spicy machen. Wow, Mali gegen Strauss. Er hat letzte Woche schon gegen Strauss-Stream gewonnen, Banane. Es war letzte Woche auch Game 5. Da haben Jan und Mali haben Marius rausgehauen. So ein Comeback ist nicht leicht. Genauso passiert. Oh, oh. Starke Worte hier von Jan. Ich meine, ich freue mich. Da muss ich Marius nicht treffen, weil ich habe richtig Schiss vor dem. Von mir nicht. Weniger als vor Marius, ja. Wie war letzte Woche nochmal? Vorletzte. Vorletzte Woche war ich nicht da. Da war keiner da. Ja, letzte Woche kam noch dazwischen, dass wir noch unser Album gemixt haben. Und das wollten wir eigentlich tagsüber machen. Aber dann hat sich alles verschoben, weil die Dreharbeiten hatten. Und dann mussten wir es abends machen. Wie ist es halt, wie es so anzunehmen? Ja, konntest du Sidebeat gerne mal, sage ich mal. Beim Offitkan bringt es auch sehr viel. Uh. Und ja, der Hammer reicht nicht. Der einzelne Hammer reicht nicht. Man braucht schon beide. Doppelporgys, sagt Banane. Banane, wo bleibst du eigentlich? Bereitest du dich auf die Playoffs vor? Oh ja, das ist Nana Stock. Aber Marley hat letzte Woche schon gezeigt, dass sein Popo gar nicht zu unterschätzen ist. Es war lustig, dass Konsti nach links gerollt ist und dann nach rechts. Und er wurde gegrabt, ist dann gerollt. Und er ist genau wieder in dieselbe Position zurückgeholt. Aber da war er out of range auf einmal. Das war sehr merkwürdig. Oh, trifft das nie nicht? Trifft nie nicht. 3-0 für Marius. Das gegen Golf. Marius, was hat er gespielt? Fox? War Fox Ditto? Golf, Golf. Okay, sorry. Zurück zum Game. Wir haben wieder Sopo. Oh, was für ein weirder Grab. Ja, ich fand es lecker. Ich war auch draußen. Oh, oh, ja. Ich wollte nur, ob du genug gehst. Also, ich glaube, dann... Leute, haben Sie das weg. Alle machen oder so. Nee, Sie können es gerne alle machen. Vielleicht esse ich nachher noch ein bisschen Trockenbrot, falls ich Hunger kriegen sollte. Aber konntest du essen? Ja, es war lecker. Okay, ja. Ich glaube nicht. Weil die Aubergine war einfach komplett flüssig. Das war gut. Ja, ich mag... Die Zucchini, die war sehr flüssig. Weil ich mag halt die Konsistenz nicht. Deswegen ist es gut, wenn sie nicht mehr da ist. Oh, und das ist der Stock. Okay, Marley, immer noch einen Stock hinten. Er kämpft die ganze Zeit in den Uphill-Battle. Aber wenn jemand den Berg klettern kann, dann kann er wohl nicht klein was. Oder auch not. Oh, schöne Recovery. Aber das ist natürlich wie das Sopo. Ja, Konsti hat sich ja damals... Konzi hat sich ja damals in Madeleine-Deutschland einen Namen gemacht, als er Däumling zu einem 50-Euro-Money-Match aufgefordert hat. Aber er hat gesagt, wir machen jedes Mal, wenn wir uns sehen, für einen Fünfer. Für zehn Mal. Das ist so clever, weil er jedes Mal halt mehr Practice bekommt. Und Däumling war sich halt seiner Sache sehr sicher. Aber Konsti hat, glaube ich, das dritte oder vierte schon gewonnen. Banane, für Playoffs musst du kein Geld bezahlen. Für Playoffs musst du keinen Eintritt bezahlen. Nein, du bist qualifiziert. Wir müssen überhaupt noch diese Donations-Field machen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ey, Tommy H1, was geht? Mein Boy, Alter. Ich habe gesehen, Tommy, du hast bei Dings, bei Dreamhack gegen Flippy gewonnen. Das ist ein sehr guter W, finde ich. Glückwunsch. Hat er ihn gerettet? Oh, und dann nochmal mit der Weaken. Das sind Prozente, die er hätte nicht haben müssen. Tja. Mehr Prozente, die er nicht hätte haben müssen? Er sagt, er nimmt die Prozente einfach mit. Ja. Oh, nochmal, nochmal ein Prozent. Nochmal ein Prozent mehr. Tja. Uh, die Prozente. Es gibt Prozente auf die Prozente? Das Konto? Ja, die Prozente da drüber sind Propos. Oh, shit. Oh, und das war es mit Nana. Nee, Jonas ist mal nicht. Hä? Nee, sieht man nicht. Das macht alles kaputt, glaube ich, wenn man die sieht, ne? Was? Die Nana-Prozente. Nee, die sieht man hier. Ah. Das sieht man beim Stream. Ah, ja, okay. Ja, jetzt ist Nana tot. War sick mit 20 Dänen im Nacken. Let's go, Tommy, Alter. Schön gegen die Crowd gearbeitet. Ah, Marley. Marloley. Jetzt kommt jetzt. Ah, ja, das ist gut. Ah, ja. Die Spieler sehen sich ja nicht. Nee. Das wäre voll lustig. Die Sammlung ist bei Ultimate nicht. Nana bereits auf 58 Prozent. Oh, Konsti hingegen. Ah, ja, mit der F-Smash kommst du da nicht weiter. Da musst du eine Downs-Mash machen. Die ist schneller. Dann darfst du prozentlich anholen. Oh, die gechargten Latschen. Und das war's mit Nana. Ja, er hat Popo genauso lange abgelenkt, wie er brauchte, um Nana zu killen. Nana lebt noch? Nein, er holt sie sich nicht zurück. Wieder eine F-Smash. Ich find's ein bisschen weird. Ich find Downs-Mash besser. Oh, die Down-Air. Dann kommt nicht so recht rüber. Hm. Fair. Oh, Konstis Lieblings-Move. Oh, die Drecke. Und da wendet sich das Blatt auf einmal. Ah, da wieder die F-Smash. Ach, Leute. Oh, schön von Marley. Ey, Marleys Recovery wird immer besser. Aber da, gut. Ich mein, Down-Throw-Knee ist immer ein bisschen schwierig. Ist mir so einbekommen so wichtig. Oh, die Back-Air müsste reichen, oder? Back-Air übrigens wie eine Smash-Attacke in der Luft. Hab ich in einem alten Ice-Lymer's Guide auf Smash-Bords mal gelesen. Wenn beide treffen, ist es wie eine Smash-Attacke in der Luft. Ach, in dieser Season zwischen uns beiden, oder was? Ja, naja. Beauty. Ich bin nicht nur das Eingeworfen, oder? Good Job, ich bin nicht fertig. Wow. Also, das... Wichser. Ich bin einmal am Führen, die Leute. Ich schwöre. Du bist nicht mal mehr am Führen, das ist... Das war einmal am Führen, okay. Das war... Das war's gut. Hatte jetzt Karte, das ist ja nicht so wichtig. Everybody, I have an announcement today. Okay. Ja, aber Consti bislang wirklich nahezu untouched hier in Game 3. Ja, und das könnte schon Popo Stock sein. Nee, Mali kommt nochmal zurück. Wie gesagt, seine DI ist besser geworden, seine Recovery ist besser geworden, muss ich gerade sagen. Aber Nana wurde occupied von Consti und somit war sie nicht ready für die Abi. Weil immer wenn sie in irgendeiner Animation oder im Hitstand hängt, dann ist sie halt nicht ready für die Abi. Deswegen, äh, ja... Ja, sie muss halt actionable sein, um in der Abi zu landen, sozusagen. Oh, er wollte den Kinano machen. Oh! Hast du das gut, oder nicht? Ja, ich hab's gut. Ah, ich sehe sie. Oh, schöner F-Smash. Er hat erst mal den Nana gegrabt und Popo natürlich auf der F-Smash, keine Frage. Der eine Stift ist, äh, kaputt und das ist nach dem Händewaschen. So, und nach wie vor keine Liegestütze hier an der Front. Mali lässt sich auf jeden Fall nicht so sehr vorführen. Aber es ist schon brutal. Es ist auch ein Match-Up, was wirklich nicht so super leicht ist für Ice Climbers. Vor allem seit wir kein Wobbling mehr haben. Oh, Mali versucht, konntest du hier in was reinzuwenden. Mali ist ein kleiner Zysho auch manchmal. Er macht manchmal so Zysho-Spielchen, was ja immer ganz geil ist. Sehe ich ja gern sowas. Außer wenn es gegen mich gemacht wird, natürlich. Dann bin ich immer so, oh Mann, wenn das jetzt auch noch klappt. Also, da kickst du wahr. Arcading dauert ja nur einen Tag, ne? Ja, genau. Hat Tommy ja gefragt. Äh, ja. Stimmt, Tommy, kommst du vorbei, oder was? Kickst du wahr? Kickst mal hin. Es ist Samstag, ja. Ich hab überlegt, ob wir es so machen. Also, das Arcading ist auch Samstag. Ich hab überlegt, ob wir das so machen sollen, dass wir dann, äh, also round-robin into verschiedene Brackets. Weißt du, dass wir gleichzeitig mehrere Brackets starten. Zu, ähm, Arcadian? Ja, genau. Ja, machen wir doch eigentlich immer, ne? Ja, genau. So Amateur-Amateur-Bracket-mäßig so, ja. Oder Leather. Leather ist natürlich auch geil. Dann müssen wir gucken, was wir priorisieren. Tommy hat definitiv Bock. Sehr gut, Tommy. Es ist der 19.11. Guck mal. Das wär schon krass. 16 Leute sind schon angemeldet. Ja, 16 sind bereits angemeldet. Marley ist einer von ihnen, denn Marley war, äh, nicht gut genug gerankt, um, äh, gebannt zu sein für das Arcadian. Oh, die gechargten Latschen, aber komplett gechargten. Gechargten Latschen. Jesus, Maria. Unfasslich. Sie just stand still. And dance match? Okay. Es läuft gerade Tafsi gegen Magic und Strawstream gegen Golf. Die Gewinner müssen gegen Marley, also Tafsi Magic-Gewinner muss gegen Marley und Strawstream-Golf-Gewinner muss gegen dich. Ich finde ja so lustig, dass Julian, Getra Tati, fast, ich glaub, heute nur Captain Pike gespielt hat. Ja, wie kommt's? Ja, keine Ahnung. Das ist so eine Hamburg-Krankheit, ne? Wenn du aber besoffen das Falcon-Drinking-Game spielst. Nee, bei uns ist, also, wo ich bei ihm war, da haben wir Captain Falcon-Veto gespielt mit Brainpower auf Loop. Was ist Brainpower? Ein Lied. Wie? Okay, ich fände das Lied nicht, sorry. Ach, Leute. Ich bin nicht drin bei die jungen Leute-Memes. Bye, bye, bye. Ja, da Kekse war es nicht zwei Tage, am Sonntag spielen wir. Also, am Sonntag ist das Berlin-Smash-Circuit-Finale. Genau, am Sonntag ist das Berlin-Jedo-Circuit-Finale. Und der Gewinner vom, nein, nein, es ist Samstag, Sonntag. Und der Gewinner vom Arcadian qualifiziert sich auch für Sonntag, weil wir haben einen Wildcard-Slot und das ist der Gewinner vom Arcadian. Beziehungsweise der Hochplatzierte, der nicht. Genau, der Höchstplatzierte, der nicht auch schon qualifiziert ist. Aber wenn, also, keine Ahnung, wenn du nicht vorhast zu gewinnen, dann kommt vielleicht nur Samstag, sag ich mal. Also, Tommy jetzt. Ashley hat sie angemeldet, ja. Suck it, international. Did you win? Yes. Let's fucking go. Suck it, Dennis. Oh, my God. What did he play? What did he play? Falcon or Marley? Oh, he's not Marley, man. Yeah, he's an Elf. Oh, you won? Yeah. Let's go. Nice. Upset Master. No, you gotta play Marley. On stream, please. Oh, yeah. There we go. You can rock, paper, scissors for it. Is it here? No, no. Wie steht der Bracken? Ach so, warte mal. Ich muss hier erstmal kurz ein Ergebnis einfragen, meine Junge. Na, guck mir. Ich muss jetzt mal die einzelnen Köpfe reinmachen. Bei jedem Game. Ja, weil es dann halt, wir haben heute darüber gesprochen, es ist dann halt leichter für uns diese Top-8-Grafiken auszulesen dann. Wer ist Gorf? Ich weiß ich nicht, aber Jaguar, also ich kenne ihn schon. Er hat so nice Locken. Von where kommt eigentlich? Nee, man ist mir. Ach so. Ich sehe da auch schon drücken. Von where kam er? Gorf? Ich bin nix sicher. Warte mal, ich muss mal hier noch die Charakter eintragen, weil Jan hat nämlich noch keinen Pummelhof hier. Keine Ahnung. Wat? Na, wat? Hat auf jeden Fall ganz nett für Marius gehört. Oh mein Gorf! Was spielt der? Falco. Falco, okay. Is that the Hudge with no Jigglypuff? It's no breath. Wo ist er denn hier? Konzi? Ja. Jedes Mal. True. Ja, sehr ähnliche Handhabung. Ja, bettlich. Okay, jetzt müssten wir alle in Top-8 mit Charakters haben. Nee, Gorf und Marius noch nicht. Er war Top-8. Er war aber auch sechster Seed. Also er musste dich besiegen für Top-8, literally. Und Pinkbird, also ja. Das ist so weird. Dass so viele unter mir besiedelt sind. Ja, das geht. Das habe ich fast nie. Leather. Hey, Heide. Er hat Leather gesagt. Ist die beste Zeit, was du in der Heide gesagt hast. Ich habe Leather gesagt, weil ich bei dem Gespräch noch drin war. Ach so, aber er dachte Heide. Nein, natürlich, ich habe den Spaß gemacht, offensichtlich. Der hat auch einen lustigen Mann Spaß gemacht. Das stimmt. Jonas, wollen wir spielen? Ja. Ja. Und es geht los. Game 1. Magic gegen Marley. Okay, es ist ein Legionäre-Off hier. Es ist ein Legionäre-Off hier. Zwei Legionäre. Einer aus Amerika, der andere aus Italien. Marley aus Colorale und Magic aus, ich weiß gar nicht, ob die aus Rom kommen oder weißt du, wo die herkommen, Magic und Next Tread? Ach, gute Frage. Not Tire? Südtirol. Das sind Tiroler. Ja, nicht ganz so. Und jetzt, das Ding ist, das Ding mit den beiden ist, die spielen schon öfter gegeneinander und es ist irgendwie ziemlich, also die beiden ficken sich immer richtig doll gegenseitig. Also ich habe selten ein knappes Set von denen gesehen, weißt du, Schmein? Ach so. Aber immer Hennotier, oder? Ja, genau. Ich glaube, die Traden-Sets. Auch wenn wir so Leather mitbedingten. Oh, shit. Also es ist 1-1 oder mehr. Marley ist ein Gorf. Let's go, Gorf. Let's go, Gorf. Let's go, Gorf. Let's go, Gorf. Oh, er wird ja gebattelt. Marley wusste einfach, er ist so raufgerollt. Und er so, na, okay, gucken wir uns die ganze nochmal mal an. Gucken wir mal, wie gut du das machst, ja? Ich finde es krass, dass Marley, wenn er Sopo ist, immer so richtig freiwillig Stage aufgibt, so, als würde er ein besseres Opening bekommen, wenn er am Rand steht, so. Keine Ahnung. Was tut der? Na. Oh, shit. Magic wollte ja was anderes probieren. That's the magic. Stay here. What? Stay here. I want to trade your fox. Stay, stay. Oh, schön. Ah, gut, er hätte natürlich eine Down-Smash noch machen können in dem Tag-Ding. Oh, da ist die Down-Smash. Sein Sopo, wie bereits erwähnt, oh mein Gott, haben wir letzte Woche schon gesehen. Sein Sopo ist gar nicht so übel. Er ist auf jeden Fall auf Zack in den letzten Wochen. Ja, so ein Sopo muss Carrier bringen, weil er ist viel besser konzentriert. Ja, und man ist halt immer schneller mit Sopo als mit Nana, weil man nicht immer diese sechs Frames sozusagen abwarten will. Oh mein Gott, der re-tauf! Oh, shit! Und das ist ein Sopo-Stock. Holy fuck! Holy macaroni! Und dann gucken wir mal, wie Magic versucht, diesen Stock zu ridden. Und ja, natürlich, natürlich. You want to see me do it again? Oh, free! Oh, shit! Ja, Mann. Oh, shit! Und er schlägt den Weg. Oh, der schlägt in die Hände hoch. Oh, und er kriegt den Grabj nicht. Ja, Marlies Händel sind wirklich scary geworden. Da ist unser Boy gerade noch mal mit dem Leben davongekommen. Oh, shit! Oh, Nana! Oh, mein Gott! Okay, okay, okay. Calm your ass. Oh, shit! Aber mit dem Südwest erwischt. Ich dachte gerade, Nana hat Popo gegrabt. Das ist also ganz merkwürdig aus. Ja, sie hat sich so ein bisschen verlaufen in ihm. Und das war so komisch irgendwie. Among Us. Das ist Nar-Nar. Noch nicht. Nana hat einfach 96. So ein Popo hat 35. Magic mit klaren Prioritäten. Oh, die Triple! Cleaner-Trade! Cleaner-Trade! Oh, 3-1 für dich. Was hat er gespielt? Falco, ne? Okay. Du musst gegen Jan danach am Screen. No! I'm sorry! Ist du gleich dran, Jan? Versteht's hier? Äh, 0-0. Oh, shit! Äh, genau. Ich habe die Kasten geholt. Du hast die Zeugung gegeben. Ja, genau. Ach so, ja, Konsti. Bist du noch da? Ja, wir haben gesagt, dass selbst wenn jemand einen Kasten mitbringt, dass wir den Pot nicht erlassen, sondern nur die 3 Euro Community, also Venue und Community. Okay. Weil, also den Pot zu erlassen, wäre doch Quatsch, weil... Der restliche, der Pot wird dann ja aus der Community viel. Das ist ja der Bonus, den du durch bekommst, durch das Tragen. Aber er hat doch gar nichts von dem Pot. Doch, klar. Der Pot wird ja, also der Pot wird ja fürs Preisgeld gezählt, immer noch. Also, wir zählen ja, wir berechnen den Pot ja aus wie viele Leute da hast. Genau. Und wenn Leute... Wenn er da hat, so einen Bierkasten. Dann zahlt die Community nochmal extra die 2 Euro, sozusagen. Ja, dann zahlt eine komplette anwesende Mannschaft. 15 Mann oder so zahlen dann zwei. Genau. Und das wollten wir doch eigentlich nicht machen, weil nicht alle Bier trinken, ne? Das hat irgendwie eine Person gesagt. Okay. Und ein Ding draus gemacht. Und das finde ich wirklich unnötig. Deswegen habe ich dagegen auch gewährleistet. Okay. Weil selbst wenn du kein Bier trinkst, du kannst es wenigstens den anderen gönnen. Dann gib denen die 2 Euro. Also, meine Meinung, finde ich Theo nicht mehr. Wer ist Theo? Maxi? Ja. Er ist nicht da. Holy shit. Die Handoffs. Und das ist ein weiterer. Another one. Oh no. Oh no. Geht es weiter? Oh ja. Das sind die perfekten Handoffs. Ja. Perfekte Handoff-Position. Okay. Ja. Schöne die Eier rausgemacht. Und er wollte für den Grab gehen anstatt für eine Down-Smash. Ich dachte, er will ihn vielleicht offstage schauen mit einer Down-Smash. Aber er ist für den Grab gegangen. Ja. Muss man gucken. Wenn Nana nicht da ist, weiß ich nicht, ob das die beste Idee ist. Aber gut. Oh. What? Das war so strange. Es war so strange. Oh. Nein, wir beide. Und das. Ja, ein weiterer. Wir haben hier Liegestütze on the table, Alter. Auf seinem Counterpack. Oh. Ja, aber hier werden die Grabs. Oh mein Gott. Nana spielt so gut mit. Oh mein Gott. Es sind Liegestütze. Es muss es doch sein. Es sind sie. Oh mein Gott. Ein Mali? Wir haben. Was sind eigentlich die Geschichten von Mali und Magic? Die traden schon hier und da mal Sets. Aber es ist das einer den anderen immer komplett bumscht. 2-0? Ja, es ist nie knapp zwischen den beiden. Und heute scheint mir so ein Mali-Tag zu sein. Mali ist sie. Mali hat gerade Liegestütze verteilt. Ja, ich bin richtig bei der Aufgestaltung. Aha. Aber ich meine, ich habe auch, also, Mali hat ja schon, hat jetzt schon zweimal Marius besiegt, was halt auch, ich würde sagen, immer noch ein Upset ist, auch wenn Marius ein Jahr nicht da war. Weil Marius halt so viel stärker war vor einem Jahr noch als, als Marius. Aber Marius, wie gesagt, zweimal Marius besiegt. Ich glaube, er ist jetzt ready für die Foxes. Er spielt auch viel mit Maxi. Maxi ist ja sein, ist ja sein Bestie. Die spielen viele, viele Melee zusammen. Und Maxi, ja seines Zeichens, ist auch ein Fox-Main. Aber ich glaube, also, wenn du auf ein Turnier kommst und nicht für Fox vorbereitet bist, dann, naja. Ich meine, sage ich so und verliere mal gegen die Foxes. Aber ey, ich bin, ich bin zumindest vorbereitet. Was ist eigentlich mit dem Arcadian? Ist einer von den beiden oder beide beim Arcadian? Marius ist registriert. Magic, glaube ich, auch beide sind registriert fürs Arcadian, ja. Und du auch? Ja, ich auch. Ich werde eine Woche grinden in Stockholm. Oh, wo bist du denn? Was machst du in Stockholm? Meine Freundin hat dann einen Kurs von der Arbeit. Oh, nice. Ich habe alles kostenlos, so Zeit zu machen. Let's go. Oh, shit. Die Downsmash, ja, und dann, oh mein Gott, und er zündet ihn an mit dem Eis. Er gefrierbrannt. Den gefrierbrannt? Ja, es ist wie anzünden mit dieser Side-Beaver, äh, mit der Down-Beer ist das von den Eis-Climbers, die so, das wie so Feuer spucken, aber halt mit Eis. Und ja, Marley, wie auch im ersten Game schon, sein Sopo komplett on fire, kann sich hier dieses zweiten Stocks von Magic entledigen. Sind die Italiener nicht eigentlich wegen Smarted? Aber Smarted ist halt richtig gut geworden, nachdem die weg sind, glaube ich. Nee. Nee. Der war, der war schon, ich habe sie gegen ihn gemettet als der Cooper, bevor die, bevor ich von denen wusste. Ich weiß auf jeden Fall, dass Magic inaktiv war, weil er war deswegen auch nicht gerankt, weil er zu inaktiv war in Italien. Und Nick war Zweiter hinter Smarted, also, naja. Und da ist, äh, ja, der Ausgleich, Todgleich hier an der Stelle, oh, Magic mit ein bisschen sickes Movement. Vielleicht fühlt er sich jetzt ein bisschen und, äh, weiß ich nicht, rennt nicht immer so doof rein, weißt du? Also, er kann halt sehr, sehr, sehr viel, aber ich habe das Gefühl, er weiß manchmal nicht, welche Knöpfe gedrückt werden müssen in dem Moment. Wisst ihr, was ich meine? Natürlich wisst ihr, was ich meine. Dankeschön, Leute. Ja, ey, ja, klar. Und er hat viele Knöpfe gedrückt. Oh, shit. Bei mir war es mit ihm genau umgekehrt. Ich musste gegen ihn im Winners spielen und, äh, die ersten beiden waren ziemlich knapp und im dritten habe ich ihn gefreestockt. Da wäre Magic übrigens gerade fast wieder in so eine Dings reingerollt, in so einen Grab. Und das ist halt das Gefährliche, ne? Wenn Marty die Grasp bekommt, der macht sehr, sehr viel Dänisch. Mach's gut, schön, dass ihr da wart. Danke für alles. Bis Nedo. Nächsten Nedo. Bis Nächsten müssen wir bis Mitternacht da bleiben. Warum? Weil es in der Geburtstag von Dortimus 51 aus Reinicin ist. Oh, shit. Von? Warte mal. Aus Reinicin. Aus Reinicin. Das ist so sick, Alter. Dortimus 51. Aus Reinicin. Warte mal, ist es Dortimus 5.1? Aus Reinicin. Krass. Was ist denn, Dortimus 51 aus Lichterade auftaucht? Oh, mein Gott. Halt. Dieser Mann ist ein Imposter. Haben Sie in diesem Mann gefehlt? Er ist sass. Amogus. Oh, Marley wollte für alles gehen hier. Oh, den? Oh, shit. Aber er ist immer mit einer Daumen smash ready. Das ist das Gefährliche an Sopo. Eigentlich weißt du es, aber du denkst so... Oh, Nosef. Okay, alles klar. Letzter Stock hier. Wie sick wäre das gewesen, wenn er getroffen hätte und dann auch mit der Ferse gespiked hätte? Ja. Marley gibt Magic hier nochmal eine letzte Chance im Losers Bracket. Das könnte hier wirklich... Das sind die Bretter, die die Welt bedeuten. Ich habe das Gefühl, Nana zu killen ist schon wichtig, aber sein Sopo ist so gut, dass Magic sich auch, wenn Nana gekillt ist, schwer tut, da irgendwas gegen zu machen. Schön, immer schön Double Jump. Oh, und dann springt er den Grab rein. Ah ja, nice. Okay, aber er kommt raus mit einer Attack-Rolle Marley mit dem falschen Read. Er macht jetzt einfach den Side-Beam-Kill. Suicide. Suicide-Beam. Oh mein Gott. Das hat er in unserem Set gemacht, die Suicide-Beam. Ja. Ja. Oh mein Gott, der schöne Back-Po. Marley hat so viel Kampf in sich. Das ist Nana. Aber Magic auch. Okay, es ist halt eine Down-Smash für Sopo. Das kann schon schnell schief gehen. Marley ist echt die True-Form. Ja, Mann. Sopo ist... Super-Same. Bei ihm, wenn er... Todgleich. Oh, jetzt wird er sich die Farbe ändern. Er sollte blond werden. Ja. Oh! Und wir sind weiter drin. Also dieser SD, den Marley gemacht hat, der könnte ihm noch teuer zu stehen kommen hier. Also das war sehr magisch. True. That's the magic. Banana hat geschrieben, Gewichte weg. Ohne Gewichte. Jo, G-Pipes, was das? Meinte er, dass Nana auf Gewichte? Oh mein Gott. Oh. Aber auf eine Art haben wir das ja auch die ganze Zeit gesagt. Garret, warum hast du noch nicht für die Arkadien konfirmiert? Du bist auf jeden Fall erlaubt. After all. Oh. Oh. Ja, du bist. Oh. Oh, shit. Benno wäre eligible, auf jeden Fall. Ich habe auch Perfect Shadow geschrieben, da bin ich mal gespannt, ob der kommt. Oder Haramboi. Haramboi. So, Garrett, you got a link there. Chat already, I think Chatbot hears us. Dario ist schon confirmed. Das sieht aus, als wären es vielleicht nochmal Liegestütze, aber mit Sopo ist natürlich schwierig, den Stock dicht zu machen. Also zwei Stocks. Aber wenn es einer kann, dann natürlich Big Marls. Oh, Downsmash, okay. Kein Sprung. Dann macht er diesen komischen Tournament Winner. Naja, ich weiß ja nicht, was das sollte. Der Turniersieger, der Weltrekordhalter. Oh, wow. Mitten rein, okay. Magic still in this. Aber zweimal auf FD-Gewinn gegen Ice Climbers mit Fox ist wirklich nicht leicht. Es ist nicht leicht Climbers. Wenn es noch um 4-Stock wäre, wäre es normal 8-Stock. Oh! Okay, das ist nicht Nana. Ja, Nana hat den Rejump zurückbekommen und das ist der Stock. Magic mitten rein gesprungen. Er war nicht sehr glücklich über diese Gegebenheiten. Es scheint mir fast, als würde er sich nicht so richtig darüber freuen, dass er hier so weit hinten liegt. Was denkt ihr, Freunde? Ja, er ist gerade Tournament Stalk. Er braucht den Pressure aufzudringen. Er ist Tournament Stalk zum zweiten Mal, ne? Oh, aber jetzt... Oh, warum macht Nana da einen Backthrow? Ja, nicht umsonst. Never sleep on the magic. True. Vor allem, ja hier, Losers Magic. True, Losers Magic. Aber Mali hat schon letztens gegen den krassen NyxRed den Italiener gesprungen. Oh, stimmt. Ja, Mali hat gegen NyxRed bei DreamHack gewonnen. Die mussten Impuls gegeneinander. Das war ein Upset. Oh, und das müsste es eigentlich besiegeln. Oh, aber Mali nicht mit dem Ash Guard. Mali spielte sein Essen schon rum. True. Aber es ist der warme Herbst. Was? Der warme Herbst? Ja. Es ist auch um diese Leute, die für Öl sind. Die was sind? Die hier richtig für Öl sind. Ach so, ach so. Ich bin von der AfD. Der warme Herbst nennen die sich? Bro. Glaube ich. Wenn er ihnen jetzt wobbelt. Dann, oh. Dann gibt's Game 5. Verliert er das Set, wenn er einmal wobbelt? Nein, der will das Game, oder? Ich bin der ETO. Ich darf's entscheiden. Okay, das könnte es sein. Und das ist es. Marley mit 3 zu 1. Magic, too little too late. Er ist etwas zu spät aufgewacht. Ja. So, jetzt ist Jan gegen... Jan gegen... Jan gegen... The Repeat. Letzte Woche war's umgekehrt, ne? Letzte Woche war Jan im Winners und Marley im Losers gegen Marius. 3 zu 1. 3 zu 1. 9. 3 zu 1. 1. 2. 3. 1. 2. 2. 3. 4. 4. 5. 4. 5. 5. 6. 5. 6. 5. 6. Ich hab das auch schon mal gesehen. Let's go Marios! Let's go Jan! Let's go! The bird wird gespammt! Spam this bird to help out third. Chat, wo sind unsere birds? Spam die birds alleher oder nicht? Ja, schreib mal die Gruppe bitte! Max, ich weiß, du bist da. Spam the bird! Ich muss mal ein Emot machen. Mensch, was hat das hier für E-Qualität? Was hat das für ein Trench life? Ich muss noch kurz rausgehen, kann ich mir mehr geben. Spannendes? Liegestütze. Ja, das ist Warm-up. Nee, ich hab's da jetzt schon. Ich hab die Aspie. Ah, hier? Was ist das für ein Guter? Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Wow. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. So. Da ist er, wenn ich's nicht. Oh, ja. Das ist ein ganzes Band. Oh, ja. Ja, ja. Der Klassiker ist ganz so klassisch wie Poppeech, aber... Früher war das richtig, also Competitive war das fast. Zwei Jahre, drei Jahre lang richtig viel. Arling? Was? Wann hat, äh wie viele Jahre hat HBox dominiert? Bei zwei, drei Jahren. Ja. 2018 war er erst, oder? War er siebzig? War er siebzig? War er siebzig? Nein. Du sagst, warum haben wir? Die Gröser sind halt. Haben wir denn hier? Die Gröser sind halt. Die Gröser sind halt. Haben wir denn hier? Die Gröser sind halt. Hat aber mehr als selbst. Achso. Ich gucke mich jetzt voran. Äh, wo ist denn das? Ähm... So, haut mal los. Zehnt mal was zu dem Spiel, was ich, äh... Was wir uns kurz sehen. Also das Prinzip war's Matchbox-Meerding. Was denn? Hab ich falsch abgebogen vorhin. Ja, letztes Mal hat Jan knapp gewonnen, ja. Marius war letztes, äh vor Corona, richtig gut. Oder? Ja, kurz nach Corona war. Hat er auch noch viel gespielt? Ich glaube ich vierter, fünfter gewesen im PR. Ähm, siebter, fünfter? Ja, ich dachte vierter, fünfter gewesen. Ja, ich dachte vierter, fünfter gewesen. Oh! Oh! Der Versuch war da. Der Versuch war da. Oh, Jan hat sie nicht gepackt. Alter, dieses... Drei... Absolut. Das hat Jan. Runtergetragen. Das war sehr angenehm, noch die Flirtis zuzuschauen. Die so runtergetragene Juggerunde. Ja. Ja. Ja, bei Falco geht's ja vierchen. Einfach einen Downer. Oh, what the fuck! Ja, das muss man auch. Ja, kein Rest. Ja, Rest-Chattel haben wir ja erzählt, macht er uns für ihn nicht so. Oder on-tournamentlich. Ja. Obwohl das halt super ist, wenn er das gut ausnutzen kann. Ja, da fehlt die Konfidenz. Da fehlt die Waffe jetzt. Ja. Keine Sorge, es ist genug da. 1-0 für Jan, wegen Drücken. Ja, der Klassiker halt auch. Dennis gegen Konzi. Das war krass. Eieieiei. Ja. 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 Hab ich schon gesehen. Aber geht auch ohne. Geht auch ohne. Ja, ja. Geht auch ohne. Dauert halt ein bisschen länger, aber... Das ist halt nicht so risky wie Rest. Ja. 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 Das bloatig Kanzel, dass der Gegner einen beim Pfeilen trifft. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Solider Start, sehr solider Start. Relativ vieler Stop. Bei 32 ist er schon im West-Range? Bei Fox? Bei Letztex glaube ich genau. Ich weiß nicht, da kommt es noch nicht. Ich habe es noch nicht. Hast du auch mitgespielt? Vielen Dank. Ist das der Comeback oder kommt der Comeback zurück? Oh... Marius, Game 3. Er scheint da zu werden, er scheint da zu sein. Oh! Reicht das für Königs? Das war, also wer das Intentional war, war das sehr guter Bait, Mario 5 und die Kreislaufs in Führung. Ja, das ist das. Cleaner comeback. Was ein Bait gewesen ist. Vielen Dank. Das ist gut, jetzt vor allem auf Greenland, große Stage. Das ist gut, jetzt sehr flotty, mit 120 noch gewinnen, das ist schon ordentlich. Oh, schöner Rest. Oh, was ist denn da rausgekommen? Ich bin hier, wenn ich mal pupsen. Verdient, aber... Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ich habe jetzt mal der Speed rausbekommen. Oh, sehr sauber, sehr, sehr sauber. So, weiter auf letztem Stopp. Geht das in den 5 oder? Bleiben wir bei den 4. Oh mein Gott! Außer für sich ein Clip oder ein Clip-Button. Das war insane. Ohne Gnade. Hey, Konzi, bitte. Ja, der Paul ist erst reingerannt. Er ist reingerannt. Er ist reingerannt. Warum klappen wir weg? Nein, damit wir es sehen können. Du musst doch sehen, was Chad hier sagt. Ja, schon. Er kennt nichts. Ich brauche eine Brille. Ich auch. Brille oder Stern? Brille oder Stern? Okay. Puh, okay. Tja. Ich glaube, es ist gut. Das kommt hin. Oh mein Gott. Entschuldigung. Dann musst du gegen Mali spielen. Guck mal, ich wollte gerade sagen. Was? Oh. Oh. Oh, interesting. Ich dachte nicht, dass ich es verliere von den beiden. Guck mal. Hier hinterher hättet ihr schon auf ein langer Treffen. Ja. Hätten wir beide gewonnen. Ja, hätten wir beide gewonnen. Ja. Ja, gut. Mach's gut. Später muss man dann zusammenkommen. Also beide. Das hier. Ja, okay. Ja. SVT? Vorliegen wir uns? Jido? Willst du Jido bei SVT anwenden? Ja. Mach ich immer. Mach ich immer. Wirklich? Ja. Wir sammeln die ganze Zeit SVT-Punkte? Ja. Wenn halt sechsten Leute dabei sind. Oh shit. Nein, letzte Woche war nur zwölfter oder so. Ja. Dann war ich zwölfter. Ja. 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 Ey geil. Ratsch geht los. Aber das ist unreal. Ich glaub ein Weekly die Woche nur einen Punkt jeweils reicht nicht. Ich glaub nur Gewinner kriegt einen Punkt oder so. Nee, das ist ja mal je nachdem was das für ein... Ja genau. Bei Weekly fand ich. Ja, für die Gewinner einen Punkt oder sowas. Obwohl. Musik ist am Stizzle. Ja, ja, ja. Was? Das war zu hört, oder? Klassische Musik? Nee, da kostet lautes Motto. Einfach seine eigene Songs. Ah, seine eigene Musik, genau. Ja. Ja, so, 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 so. Ja, die gibt's so eben. Ja. Ja, auch. Komm zu Hypen ist. Ich werde wahrscheinlich nicht kommen, aber ich geh trotzdem hin. Wollt ihr eine Trift oder so? Vor Weihnachten darf. Ah, dann hab ich auch. Warte. Nee, ich muss da aufpassen. Du hast ja keinen Ballot. Ich muss da auf Tassi. Zebe. Wir werden alle Wunder mehr. Wir brauchen nur 50% Kapazität. Aber nicht jeden, nur 50% Kapazität. Das ist was anderes, oder? Naja, aber die Hälfte der Leute, Weihnachten selber ist eine halbe Arbeit. Also Heiliger. Weihnachten ist ein Fall. Da können wir auch kommen. Ich habe mir mal nächste Woche Freitag Freitag. Das ist der erste Kling, das Haus passt. Ich bin gut, Alter. Was ist der erste Fakt? Hallo, Sir. Ich bin froh, dass meine Mädchen... Können Sie sie kommen mit dir? Ja. Ich bin froh. Ah, ich bin froh. Jesus Christus. WTF? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist da? Was ist da? So. Oh. 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 So. Oh, der Wee! Aber egal. Obst du herausfinden. Obst du auch rein? Er holt' doch mal rein. Er holt' doch mal rein. Na guck dir das mal an. Das ist doch liegend. Ich unkel' gerade. Oh. Bunch Frame 1. Das ist geil. Oh. Schade, das kommt eigentlich nie ab wie er auf den vierten hat. Das finde ich immer so cool. Ich meine, wenn beide sich anschieben. Was geht, Sifo? Mohl, Mohl, Mohl. Ach Gott, ich kann einen Chat von dir nicht lesen. Oh, offscreen, upspecial für den Hit. Den beiden Kitzeln doch. Der Konzi Klassiker, der Konzi Klassiker. Jesus Christ, komm mal. Aber es reicht nicht. Seine Spezialität. Komplett ohne Males, ich kenne nur die Streams, nicht die Leute. Harte Bühne. Da kommen diese Turlips nicht in den Weg von den Chat voran. Kann er die Gürtel schön im rohen werfen und lassen. Ich denke, diese Macker ist ja nicht grab so weird. Genau, grab. Ich glaube, kann die... Kann ich nicht checken? Oh mein Gott. Du hast nie Kontakt gemacht, aber wenn ich weiß genau wie er die einholst, dann riechst du auch ein bisschen steuern. Das ist auch ein bisschen, das ist ein Tipp. Schön, das ist schon geil. Oh, das Windrasen. Ohfels, ein Tag kann auch sein, ein Syphilis. Syphilis, ohfels. Ich will gar nicht die Kategorie machen. Oh, und da ist der Tonnera. Oh, und das Knie. Also 18 Leute haben sich jetzt angewählt. Ach, das ist so. Okay, die Pfeil. Die Pfeil. Die Pfeil. Ich glaube, die Pfeil könnte es sogar drin sein. Wenn er einen guten Tag hat bei ihm, ist das halt immer... In München hat er keine Frage. Ich glaube, das liegt damit. Ja, aber die Pfeil hat immer manchmal gute Tage, manchmal schlechte Tage. Eins, zwei, drei, 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 drei. Das ist wirklich gut, aber... Ziemlich ausgiebig aus, anders als das Nationalmatch. Ein Niederländer oder eine Niederländerin? Die Ashley oder? Nee, ähm, Miki. Kar möchte ich von der manchmal nicht nennen, weil das könnte, glaube ich, nur... Sie musste ich. Oh! Achso. Wenn man kann es ja... Oh! Oh, gerade noch so. Gerade noch so. Oh mein Gott! Ja, wir waren etwas weiter weg. Und wir haben halt weg vom Mikrofon geredet. Wir haben gefeiert. Vielleicht ist es so besser, wenn wir so reden. Ja, es ist der Edge, glaube ich, mit dem anderthalb Meter Abstand. Social distancing Edge. Oh mein Gott! Sehr solide, sehr, sehr solide. So gut gelesen. Oh! Wer sagt, dass er sich fließt hat? Was sagt, hey, wir müssen ja schon weniger als einen Monat, oder? Oder nicht? Ja. Ja, Monat. Ja, Monat. Oh mein Gott, das Spiel ist noch so verstanden. Oh mein Gott! Oh! Oh! Sie lässt nicht nach. Oh mein Gott! Er wollte es! Der Nippelspike. Sent him all the way to hell, Alter! Oh, der Schengler! Da ist er! Ah, da hätten wir. Oh, die... Die geben sich absolut no quarter! No quarter! No quarter at all! Oh, der wollte wieder! Sie hat ihn in den Ropes, Alter! Was ist sie denn da tun? Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war nicht der letzte Nuteil ervorrund. Ich finde es schade, dass Eis nicht mehr spielt. Ich finde es schade, dass Eis nicht mehr spielt. Imagine Eis gegen Niki im Weekly. Wie krass wäre das? Ich würde immer Dritter werden. Dritter? Höchstens. Hold up! Anna! Jetzt mache ich sogar Second. Oh mein Gott! Jawoll! Darum ist das! Konzi beginnt das Spiel mit einem Flygen... Ach du Scheiße! Hey! Konzi hat das Spiel mit einem Flygen Falcon Punch begonnen. Hey! Hey! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist... Oh mein Gott! Das ist... Er sagt, fick deinen Captain Falcon Punch, Alter! Oh mein Stich! Nein! Das war gerade ein Stich! Wirklich? Ja! Oh mein Gott! Er sagt, der braucht er nicht! Älter! Gib ihm! Er sagt einfach genug... Oh mein Gott! Der hat dich echt... Oh! Dennis rastet gerade aus! Dennis rastet gerade aus! Dennis hat genug jetzt! Dennis hat gesagt, Gewichte weg damit! Oh mein Gott! Zero to death by... Jetzt siehst du 10% von voll! Er hat genug jetzt! Shaggy dreht auf! W-what? Peach oder eher... Ach so! Ja Dennis hat! Er hat ja nur 1% von seinen Power! Genau! Oh ja, er hat die nochmal geflötet. Oh mein Gott! Ja! Oh, aber schön! Was ein starker Anfang, wunderschön. Zwei Stocks geholt, basically for free. Ich bin für Konziden, Schiller-Gimmels. Schiller-Gimmels? Wunderschön zu sehen. Richtig geiles Mele. Ich bin die Filiant. Jetzt haben wir genau den Comeback. Jetzt hat Konziden gerade auch zwei Stops gemacht. Auch for free einfach. 60-60% ist schon... Vor was zu 90. Was macht der? Ab oder Backfill? Er wird nach oben. Er lässt natürlich den Blick und dann lässt der Konziden nicht zurück. Er sagt, ich habe noch nie gehört die Latch. Ich behalte sie. Oh! Er trifft sie immer. Er weiß, wie man sie spielt. Das trifft er, aber keinen von mir. Es ist so scary, wie die Konziden zu spielen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! What the fuck? Oh mein Gott! Shoutouts an Juggles! Oh! Miku ist ein klein wenig leise. Ja, wir haben da, glaube ich, weggeredet. Wir sitzen auch einen halben Meter davon entfernt. Das müsste reichen, man hört die Latch. Aber alter Schwede! Jetzt kommen Loser-Sammis. Oh! Oh mein Gott! 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 Jetzt kommen Loser-Sammis! Jan gegen... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir spielen zwei Lieblingsspieler! Leute, ich bin vor Vögel sehen! Ohne Korgis! Ich bin halt für beide. Das ist echt kacke, ey. Win-Win? Ja, aber einer wird verlieren, Ale. Einfach einen Draw machen. Einfach beide retunen. Oh mein Gott! What? Ich hab eine Sekunde weggeguckt. Oh mein Gott! Ist es? Ist es Turnier? Ah, komm, wo ist es? Chat, klippt. Ich sitze so weit weg von der Tastatur. Kannst auch auf dem Handy. Ja, hier drin ist der Empfang so schlecht. Das ist bei mir zumindest. Ah, interessantes Gameplay. Elating Gameplay. Oh! 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 Sieht aber sauber aus. Oh, warum hab ich den Stuhl nicht vorhin genommen? Oh, meine Güter ist der bequem. Kommenter Seed. Oh nein! Oh nein! Ich hab ihn nicht auf. Ich hab ihn nicht auf. Was? Was? Ich hab ihn nicht auf. Ja, weh. Ja, weh. Ah. Ah. Yes, Wayne. Also, man sieht hier eine wunderschöne Choreo zum Aufwärmen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Stopp, help, help, stopp, stopp, stopp. früher rest of nana sehr sehr motiviert die nana einfach schnell rauszubringen zwei tanzen noch ein wenig umeinander rum dem kleinen nachteil was prozenter geht und was er hält sich wackeln lässt sich nicht runter tragen und da kommt die revanche schnell wie es geht banane banane hier mit den klaren favoriten muss sagen als jemand der nicht häufig hier ist nicht häufig zum ersten mal kann ich da wenig mitreden da braucht man schon ein bisschen guidance vom chat hier clean zurückgekommen und sofort wieder runter von der stage sauber schnell geht das ja ja third hottest girl hier mit einem stock vorteil kann sich alle zeit der welt nehmen prozenter einfach langsam aufbauen ja also vom kit her vom kit her banane definitiv das gute danglisch das kommt durch ich kenn's ich kenn's ja oh oh gute puff classic einfach runter tragen von der stage und noch lässt es sich nicht tun also die chain grabs die ich vorhin gesehen habe die waren die waren wirklich einfach nur sick und einige von den Sopo Plays. Einfach Hype, weil die Hälfte vom Kit einfach fehlt. Also nicht ganz die Hälfte, aber ihr wisst, was ich meine. Kein gutes Match-up für Eisklimbers oder sieht nicht so aus, als wäre es ein gutes Match-up für Eisklimbers. Die Climbers sind auch, so wie ich das verstehe, relativ leicht, dass sie sehr Rest-anfällig macht. Also gut, Rest-anfällig sind sowieso alle Charaktere, aber nochmal extra bei weniger Prozent mehr aufpassen müssen. Oh, die Slingshot ist sofort mit dem Punish da. Ach Mensch, kann die ja mal... Ah, Mensch, sind denn hier die Kontrolls bei diesem Setup? Ich kann dir zwei, drei, drei geben. Pass auf der dritte und Marlin mit den Eisklimbers. So... Vergleich zum letzten Game scheint das ja auch richtig lange zu gehen hier. Es zieht sich beide auf über 100 Prozent. So, Problem, dass Puff ewig fliegen kann und deswegen entscheiden kann, wann sie approacht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich ein ganz schönes Problem ist, vor allem auf einer Map, wo man nicht so wirklich an sie rankommt, wenn sie es nicht will. Das hatte ich vorhin schon mal festgestellt, dass Puff einem das nicht leicht macht, aus der R einfach zu punishen. Also wenn sie es nicht will, auf alle Fälle. Hi Max! Auch wieder im Chat drin. Ja Max, wo sind die Birds, wo sind die Corgis? Oh, dass ich hier Favoritism auspacken will oder so. Ach Mensch, ich sehe gerade, ich habe den Score gar nicht geupdatet, oder? Ah, wo ist die Maus? Dann mache ich das mal gleich zwischen den Sets, wenn ich mit dem Setup... Ah, der Hund, der Wuff! Max, der Wuff! Der Wuff, der bei mir in der Zwischenablage sitzt. Oh! Ah, kleiner Stock! Und sofort gepunischt, der Rest! Burb! Back to square one! Oh! 2-0 ist das gerade. Genau, ich wollte nicht während des Games klicken. Ich weiß nicht, ob man damit irgendwas kaputt macht. Ah ne, einfach nur hier plus und minus. Ja, ja. Oh, okay. Ah, sehr unbefassungsvolles Ende da. Theo Berlin. Da ist der Corgi, da ist der Wuff. Der Wuff, der den Puff support. Vielleicht sollte ich das nicht auf Deutsch sagen. TOS. Für Twitch, Twitch, das war englisch. Kurz für Jigglypuff. Ähm. Uh. So! Oh! Das Laptop. Ha! So, das hat schon gescolt. So! Im Hintergrund schaut man irgendwo in Dreamland. Ja, irgendeiner dieser Fernseher ist sehr laut eingestellt. Ich glaube, es ist der direkt neben dem Stream. So, da haben wir die Eisplanus. Sehr schön. So, und back to the game. Was hab ich verpasst? Noch kein Stock. Sehr viele Prozente. Und ne Lana. Ah ne, da ist sie ja noch. Ist das hier Absinth gegen hart selbstgebrannten Moonshine? Oh! So viele Prozente. Ah, ja! Gott! Der hat, der hat gebraucht. Ei, 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 ei. Spam this tea to help of Marley. Ah! Spam this. Gibt's keinen, gibt's keinen Schwertfisch? Emote? Wenn mich nicht alles täuscht, ist das noch in Marley, oder? Ist das ein anderer Fisch? Ja. Gott, bin ich froh, dass ich kein Biologe bin. Ah! Dieser Schild, er wird immer kleiner. Uh! Da war der Versuch auf dem Rest und Punished mit dem Chain Grab, aber nicht wirklich gepunischt. Muss sich reiben, ja? Ja? Tee, Marley, Marley. Play. Marley hat das letzte ganz schön Unfortunate verloren, ne? Mit so'n SD. Ja, ja, da hat er sich selber so'n bisschen. Oh, shit! Ich hab' gar nicht gedenkt, dass es Puff war. Puff und Nana fliegen manchmal so sehr ähnlich einfach. Vor allem mit dem Farbschema, vor allem mit dem Farbschema, ja. Oh, shit! Oh! Ist das ein Wobble? Nice. Oh, Maximum Damage. Oh, der Boy. Nein! Ja, Nana macht manchmal was sie will. Nanas Throws sind Rando so. Oh, nein! Und Jan ist auf 69! Oh, nein! Und Nana legst es weg. Jan ist beschäftigt mit Nana, aber natürlich rechtzeitig. Rechts, links, rechts, links. Oh! Oh! Noch einen rechts, noch einen links. Aber Marley weiterhin Livin. Und dann geht er genau rein in die Nummer. Uiuiuiui. Ja, auf 69 ist es nicht so leicht, den Gegner zu erwischen. Das ist die goldene Regel. Normalerweise muss ich irgendwie... Also mein Mindset mit Ice Climers in diesem gottlosen Matchup wäre, glaube ich, so... Ja gut, sie kann nicht immer in der Luft sein. Irgendwann muss sie landen und dann kommt sie zu mir. Weißt du? Ja, so würde ich halt das zusammen spielen. So auf richtig eklig einfach. Weil es ist wirklich... Es ist so komplett gottlos, Alter. Ich... Ich verstehe nicht, wie Ice Climers Mains das machen können. Überhaupt. Irgendwie so. Ah, da kommt die Back... Die Smash-Attacke in der Luft. Irgendwie so machen sie es. Mhm. Man sieht das. Ich krieg den Grab natürlich nicht, weil er falsch rum war, ja. Und das ist Rest. Oh, wenn Nana ihn jetzt... Okay, Nana weckt ihn wesentlich nicht. Aber kein Rest kann ich jetzt nach oben gestorben. Und Nana noch mit einem kleinen Taunt dafür sagt, habe ich mich doch gut verhalten oder nicht? Also Leute, da muss man... Oh! Ja, schön abgeklatscht mit der Down-Smash. Na klar, schön 22 Quickel. Und... Oh, ich glaube, der restet Nana. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Und das ist Nana. Oh! Nananana noch nicht. Oh, ich dachte jetzt, Mali... Äh... Jan wird mit dem Rest gehen. Aber ja, bei dem... Also bei Lastfach würde ich es nicht machen. Ja, da geht er für die Back... Du hast schon gut Prozente rausgeholt hier. Voll. Nana ist auf... Nein! 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 Die Hände starten. Aber Nana immer noch unbesiegbar. Unverwundbar. Oh! Nana kommt nicht schnell genug hinterher. Sehr ärgerlich für Mali. Und er geht für die Down-Smash. Ah, er hätte für den Regraft gehen können. Aber Mali ist jetzt gerade jeder Damage recht. Irgendwann killt er. Denkt er sich. Oh! Gerade noch so mit dem Pound erwischt. Das könnte es eigentlich schon gewesen sein für Mali. Oh! Und er geht mit dem Pound nach oben. Und das ist ein FT gegen Nana. Gerade noch so? Oh, das könnte es doch nicht sein. Ei! Also wenn er das nicht geärgert hatte kriegt... Und er stirbt von der Papi. Max mit dem Tier 1 Sum. Und Nana ist zuerst gestorben. Und dem absolut broken Emoji. Er hat gecleanet. So. Sehr cleaner. Schaudert an Max für den Pup-Spam. Die Menge an Pup von Max. Sehr respektabel. Sehr respektabel. So. 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 Oh, wo sind meine Koffe oder so? Ah, Mensch. Leute, wartet halt eine Sekunde. Ich komme nicht hinterher. So. Dennis und... Gibt es hier einen... Furg? Gibt einmal den 0-0-Button? Muss man das mal Hand eingeben, oder? Warte, 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 du kannst hier, äh, und das, achso, das ist schon hier, dann müsste es da rechts sein, kannst einfach draufklicken, und dann hast du ganz rechts, ganz rechts. Wo ist hier ganz rechts? Unter der 22.18. Oh, da rechts! Yo! Noch eine Höhe! Ah, da! Ah, ja! Hier, hier, hier! Das anklicken, genau, dann lädt er die, und die Ports anklicken. Ich bin drei, also hier auf die drei klicken, und hier auf die vier. Ah, okay, okay, okay. Genau. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Okay, gut, ja, Setup, ähm, Wurzeln, ich bin, äh, definitiv nicht zum ersten Mal hier. Das, äh, zieht sich alles ein wenig. So, das, äh, Rematch, Losers Final, das, äh, Rematch aus dem, äh, Winners Semmy. Daraus gegangen, äh, 3-1 für, äh, Dennis. Und das klassische, die beiden treffen immer im Winners und im Losers wieder aufeinander. Oh, oi, oi, oi. Uh! Eieiei, das ging schnell. Ja, sie treffen sich immer wieder. Die beiden, äh, manch einer Würde munkeln, äh, sie machen's mit Absicht. Mal guten Morgen. Was ist da denn los hier? El Clasico, genau, genau. Ja, die beiden müssen das Matchup inzwischen auch in- und auswendig können von den jeweils anderen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier, äh, irgendwas anderes als purer Skill ist. Die Inputs von dem anderen einfach lesen, bevor der andere weiß, was er tun wird. Äh, äh. Mensch. Ist auch so ein Double Floating Matchup, die beide sich gegenseitig, äh, von dem was ich gesehen habe, nicht wirklich großartig punishen können. Außer von dem, abgesehen von dem Rest, das alles punisht, aber andere Geschichte. Äh, habe, habe, habe gehört, äh, es wird gemunkelt, dass das Matchup, äh, der absolute Sleeper-Hit ist. Und die Kinder ins Bett zu bringt, gut einschlafen können. Ja, so. Jetzt treffen wir noch mal ein klein wenig, äh, Datenpflege. So. Entschuldige mich, dass die Commentation gerade ein wenig, äh, Locking ist. Diese Commenter-Seed nehmen wir, ist, äh, leer. Es findet sich keiner. Alle beschäftigt, alle spielen. Keiner mit zu mir. Was haben wir denn hier? Pitsch. So. Absoluter Classic. So, wo sind wir denn? Wir sind bei einem Stock-Führung und selbe Prozentzahl. Grob, mehr oder weniger. Mention-Skillers. Und da schnappt er sich einfach eine von den Turnips. Turnips, Turnips. Ist die Küche nochmal auf Deutsch? Oh, und da kommt der, da kommt der Slowfall von der Peach raus. Zurück auf die Stage. Alles easy. Und, was ich gesagt habe vorhin. Beide, beide Flotte ist fack. Rüber? Einfach nur rüber? Oh! Da kam da eine Bom-Bom her. Ja. Ja. Nur eine Rübe? Ja. Hängt doch noch was dran an der Rübe. So, 140 zu 0. Ja. 140 zu 0, aber da war nicht wirklich was. So. Sternihafte Grüße. Sternhaft? Sternburgerhaft? Sternhagelvoll? Ja, da sehe ich mich doch. Da versteht mich doch jemand. Ja. Wir haben hier den alten Klassiker. Wir haben den Jan Wöfer im Chat. Ja, grüß dich doch mal, Max. Ja, grüß dich doch mal. Noch ein Max? Was? Das ist ein Max, ja. Willst du mir gerade sagen, wir haben die zwei Maxens im Chat? Max und Max. Ja, Sasquatch Platypus. Auch Max. Dann haben wir tatsächlich in der Tat gute zwei. Und wir haben... Ein Game ging schon an den... Genau, ein Game hat sich an gerade geholt. Einen aufgestrebenden Puff. Also absolutes Grudge Match. Die beiden, die gefühlt jede Woche treffen die sich... Das stimmt. Und es ist immer ein 20 Minuten... Oh, das war aber jetzt ein sehr schneller... Ausgleich, den Dennis da geschafft hat. Sehr gut, er würde sich freuen. Ja. Ich glaube, Jan hat es gerade wieder versucht mit... Don't Throw Rest, aber... Nein. Ja, es hat letztes Game schon zweimal, wenn ich nicht alles täuschen, funktioniert. Sehr schnell. Ja, das hat bei mir im ersten Game gegen mich die ganze Zeit funktioniert. Und zweitens habe ich dafür einen Stock von ihm ziehen können. Weil das die ganze Zeit versucht hat, immer rausgerutscht. Und hab dann ganz schnell, äh... bisschen gepunished. Das hat nicht gereicht. Aber er hat mich nicht mehr gefrostet. Ich war da immerhin. Und allen Sterni-Männern. Sterni-Männer sind anwesend. Alle anderen Sternen-Männer. Magst du diese Anne-Rise haben? Sterni-Männer unite. Sterni-Männer aller Länder vereinigt euch. Ja, Magst du, Mensch. Holt doch noch mal ein paar andere dazu. Ist mighty lonely in diesem Chat. Mit nur zwei Magstens. Magstens wechseln? Leider hat der Stock-Leap von Jan sich durchgesetzt erst mal. Das relativiert sich sehr, sehr schnell. Dennis spielt das lustige Turnip-Gang. Jonglieren. Für Fortgeschrittene. Ist aber auch, äh... Dennis Leaving-Stage muss man natürlich sagen. Ist ja auch richtig. Ja, wobei ich glaube, Jan beschwert sich auch nicht wirklich über die Stage. Und in dem Match-Up ist das, glaube ich, das Beste, was Dennis auch gemacht hat. Ich könnte jetzt nicht sagen, wer von den beiden die Stage gewählt hat. Weil ich glaube, letztes Match war auch auf der Stage. Äh, das glaube ich nicht. Die fangen nie auf FDR, die haben bestimmt auf Battlefields angefangen. Sicher? Ja. Ah, okay, gut. Und das ist eigentlich immer Dennis Rampelweg. Und der hat da... Da Jan da auch gewonnen hat, letztes Game, bin ich mir sehr sicher, dass das Dennis war. Menschenskiller. Und dieses Match-Up, äh... Gibt's immer, ja. Es sind nicht nur die Spieler, die sie gegenseitig lesen. Es sind auch alle anderen, die die Spieler lesen. Hast du auch nicht gespielt? Nein, nein, nein. Ich bin zu spät angefangen. Also, ich hatte auch keinen Bock, aber bin auch zu spät angefangen. Und, äh, ähm, spielst du normalerweise mit? Ne. Okay. Ich chill normalerweise im Chat und, äh, tue so, als wenn ich zugucken. Ach so, du hattest einfach nur Bock, dann... Ja, geil, ja. Ja, ich bin gerade hierher gezogen. Also, literally heute. Ach so. Ach wirklich? Oh mein Gott. Ja, aber dann kommt noch öfter. Ja, definitiv. Perfekt. Das muss hier alles überwachsen. Wir werden immer mehr. Das ist gut. Wunderschön hier, Dennis. Ich hab schon gehört, heute zwei oder drei neue Leute dabei gewesen. Ja, ich glaube, zwei neue auf jeden Fall. Ja. Ach so. Ja. Haben wir eigentlich immer diese Situation des, ähm... Auf dem letzten Stock 0-0 beide? Oder... Ach so, ja. Oder wo bist du? Ja. Gerade, wie gerade davor, ähm, war der Klassiker, dass, ähm, Dennis bei sehr hohen Prozenten einfach sehr ruhig bleiben kann. Und das oft mal was gebracht hat. Ja, ja, ja. Ich meine, fair zu sein gegen Puff, kann man sich das auch irgendwo leisten. Mhm. Weil über 60 Prozent, es ist das Rest oder es ist nicht das Rest. Ja. Aber die Sache ist halt irgendwie, ähm, glaube ich, dass, dass man da auch, ähm, das hat ein bisschen, oder glaube ich, auch ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Hammer anzuhaben. Absolut, absolut. Wenn man Floaty spielt, ist das ja auch okay. Du stirbst halt nicht so schnell. Du kannst ein bisschen was einstecken. Und, äh, du musst dann halt einfach die Ruhe bewahren, nicht zu denken, ach, das war's jetzt, fack, 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 so. Dann einfach so, hm, naja, okay. Ja. Weil es ja normalerweise, wenn der Gegner über 120 Prozent hat, dann denkt man, so, nur noch Frage der Zeit. Aber das kann immer noch in meinen Augen in beide Richtungen gehen, weil das tatsächlich jetzt schon böse aussah, wenn, 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 wenn Jan jetzt gut verwandeln kann, weil der Fehler kommt, wird es nicht schwer haben, das zurück auf die Sage einfach zu bringen. Also bis 180 hab ich schon gesehen. Ja, ja. Ohne Probleme. Ich hab schon bis 250 gesehen. Das ist, äh. Also genau diesen Matchup, 180, absolut kein Problem. Er hat viel? Äh, ja. Der ich mich nicht verzählt habe und ein gesamtes Match verschlafen habe. Oh, Max, Manni. Young Hofer, was geht. Mhm. Ja, wie gesagt, 180, ohne Probleme noch drin. Ich hab, wie gesagt, immer 200 gesehen. Ähm, das, das kann man alles machen. Der Curse vom Puff. Es ist das Rest oder es ist gar nichts gegen Peach. Abwehr geht nicht wahrscheinlich auch, weil das jetzt. Bin mir nicht sicher. Aber die kriegen sich beide so absolut beschissen raus. Oh mein Gott. So. Vielleicht wird Jan wieder Second. Na, mal schauen, mal schauen. Hey, mit ein bisschen Glück wird er auch Erster. Ja. Na ja. Wollen sie noch zwei Sets gewinnen gegen Dennis? Wollen sie ja jetzt nicht, äh, beschreien? Ja, das ist eine Leiter. Ja. Ja, da sind die Leiter. Ja. So, das ist jaüler. Soll es ein bisschen runter machen, oder kannst du sehen? Das hast du ja, das hast du. Passt du, Weißler. Und der Chat, er ist am Aufleben. Und das Match jetzt endlich ein Ende gefunden hat. Und das geht noch weiter. Das Match might be over, aber das Set ist noch nicht vorbei. Alles noch offen. Diese Sets gehen unter einer halben Stunde, das Enttäuschung. Ja, wenn man Glück hat und das 3-0 oder sowas ist, dann geht es vielleicht auch mal unter, aber... Erfahrungsgemäß passiert das nicht so häufig, dass das ein 3-0 ist. Nee. Wobei ich muss sagen, die letzten... Das ist mit sehr präzisem Turn-in-Chill die ganze Zeit. Wieso das letzte Mal war sehr spannend? Das erste habe ich nicht gesehen beide. Also heute ist das letzte Mal oder letzte Woche das? Ach, die waren letzte Woche beide da? Die waren beide da. Ah, okay. Aber wie die Matches ausgegangen sind, weiß ich mich noch voll egal. Absoluter Coin-Flip bei den beiden. Oh! So ein leader Gramp von der Turn-up. Oh! Ein Versuch, der Edge Guard. Ja, ich redet die Pounds, die in die andere Richtung gehen. Ich glaube zumindest, es waren Pound. Es ist natürlich immer geil, wenn man auf dem Cometor-Seed setzt und, äh... Da bin ich jetzt ein bisschen sicher. The Who? Nee. Achso, warte, Gregor. Wie bin ich gerade bei The Who gelandet? Wie bin ich gerade bei The Who gelandet? Das ist mongolisch. Ich hatte ziemlich coole Musik und das hat er am letzten Mal gekauft, weil das ja eher ein ruhiges Matchup ist. Und das Ding ist, wir sind dann eine beste Weile länger geblieben. Und ich hatte mir danach seine Kopfhörer ausgeblockt, weil ich das mal ausprobieren wollte, weil ich auch immer so sehr schnell abgelenkt bin. Und weil ich super müde war und dachte, ich kann jetzt nicht mehr daran messen. Ich kann mich jetzt nicht mehr konzentrieren. Wenn ich noch irgendwie spielen will, muss ich mir irgendwie auf die Ohren sagen. Oh mein Gott. Da hilft Janin wieder auf die Stage zurück. Runtergetragen. Und da war dieser Song halt immer noch drauf und dann habe ich den auch ganz viel gehört. Und der war sehr gut tatsächlich. Ich hoffe sehr, dass er immer war. Das ist so ein... zum Auftrutschen oder? Nee, eigentlich nicht. Zum ruhig bleiben. Konzentrieren. Ich glaube, der will vor allem laufen nur die Musik hören. Und das ist... Halt jetzt nicht, das geht jetzt nicht gar nicht voran, aber der ist schon eher ruhig. Wie sick wäre es, wenn er einfach mal so eine... Lo-fi beats to smash your... Homies was? Jan? Nicht gregorianisch. Georgisch. Jetzt weiß ich es nicht. Ah, okay. Georgianos ist ja mehr Tagesson. Genau, das meinte ich nicht. Georgisch. Jetzt haben wir es. Georgische Sängerin. Ja, das ist ja auch nicht. Ja. Also equally wild, aber... Nein, Leute. Boah, fasziniert. Wir haben hier gerade jetzt fünf Minuten geredet. Immer noch die FDR Stocks dabei. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh mein Gott. Wie ist das so knapp? Ja, ja. Oh mein Gott. Wie ist das so knapp? Ja, ja. Oh mein Gott. Ja, das stimmt. Aber er kann sich es nicht leisten, wenn der andere zwei vorne liegt. Da muss dann was passieren. Ja, klar. Stimmt. Nein. Nein, nein, nein. Oder? Also es waren zwei nicht normale, aber es muss nicht böses gewesen sein. Ich weiß es nicht genau. Oh mein Gott. Kann Puff auch sagen? Ja, natürlich kann Puff das auch sagen. Klar. Aber erfahrungsgemäß ist Dennis auf den hohen Prozenten dann doch etwas chilliger dabei. Ich finde immer gut, dass beide mit der Hand schlagen, wenn die Stock verlieren. Ja. Und ein Dotface. Ja. Ah, ein Tito. Oh mein Gott. Sag mal jemand, Tito ist nicht in dem Spiel. Das war aber gar ein Stitch, oder? Oh, Banan ist auch da. Kein Puff auch zu sagen. Ja, ist mit dem 180 Chint. Ja, ja. Schön, dass du da bist, Banan. Danke mal. Gott. Sind wir uns sicher, dass Peach nicht aus Animal Crossing kommt? Ja. Jetzt haben wir da auch Turnips, oder? Animal Crossing sind auch Turnips, oder? Ja. Denk ich gerade an falsches Spiel. Nein, nein, nein. Super Mario, äh, wir sind... Also nicht Peach, das ist mir schon klar. Peach ist definitiv nicht Animal Crossing, aber... Oh! 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 Das wäre so krass. Oh, da war ein Stöhn der Erleichterung. Oh! Er hat das Gefühl, da war was Falsches. Gehst du wieder hierüber? So, Mensch, warum sind die hier denn hier nicht eingetragen? Äh, warte mal, für wen gebe ich den jetzt gerade ein? Dennis. Okay. Wenn nicht, dann... Oben ist der Koma... Ah, ja, ja, ja. Oh, fuck's. Ah, ja, runterziehen. Ja, ja, ja. Es sollte eigentlich eine Autofill Option geben, wenn es die beiden zusammen sind. Dass es immer genau das gleiche ist. Oh, okay. Es ist unintuitiv, dass man runterzieht. Ja, auf Star... Star-GD ist dann... Äh, äh... Ist das schon wieder ein Stitch? Ja. 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 Ja, ja, ich glaub, das kriegt man schon... Beziehungsweise nicht besonders gut. Man spürt die Vibes. Aber man versteht sich auch ohne Worte in so einer Situation. Gibt's doch... Gibt's doch in Anime diese schönen Stellen von wegen Kämpfer die nicht mehr... Oh, mein Gott das war ein Dockface. Ah! Sniper hier aber auch am Start. Turnips, mein Mann. Turnips, mehr als Turnup. Schade, aber den... Zwei Stops noch? Ich vermisse grad, denn er ist wie am 21. Ja, ja, ja. Aber das macht das, glaube ich, ja nur bei... ... in Methe nicht so... ... in Methe nicht so... ... in Methe nicht so... Reverse Sweep incoming? Ja, es kommt wirklich da mit dem Reverse Sweep. Ja, aber ich glaube, es gibt so typische Situationen, wenn er dann reinläuft in die... Weißt du so, da kann das... Oder vielleicht ist halt die Musik macht das aus. Oh mein Gott. Schön an der Stelle von Jan verteidigt, aber... Ja, 80... Ach, reicht nicht. Eieieieiei. Und dann ist es in Game 5. Wir haben hier den Jüngsten, der Ulrich... Und ich würde mal sagen... Banane Call ist nicht, der Reverse Sweep... Der ist noch auf dem Tisch, der ist noch auf dem Tisch. Reverse B.O. hatten wir so oft bei Dennis. Ja, ja. Der absolute Klassiker. Ja, ja. Oh, wieder vorne nach B.O. Ja, ja. Das ist... Eieieiei. Eieieiei. Ich bin so fasziniert bei dem... Ich glaube, es ist der Downgram von Puff. Wenn man dann die Controller hört, wie... Richtig durchgezogen werden. Entschuldigung! Oh! Ja, ja... Ich fühl so aufgeregt, ich könnte das hier eigentlich ganz falsch um die Commentator-Platz. Ich kann gar... Ich muss die Gastronomie... Du bist ja nervöser als du bist! Nee, ich bin nicht böse. Ich bin nur aufgeregt, wie soll... Du wär nervöser! Nervöser? Ja, voll. Auf jeden Fall. Dieses Matchup ist einfach immer spannend, Es zieht sich immer und es ist einfach nicht schnell entschieden so. Selbst wenn mal der eine komplett dominiert, dauert es trotzdem eine Weile. Und deswegen komme ich da nicht in so eine Beruhigungsphase. Was mich eigentlich interessieren würde, was macht eigentlich ein Bein nicht egal? Es gibt mehrere Arten, wie der Wein gefiltert wird und wie er geschönt wird, nennt sich das. Also manchmal wird Wein, nachdem er durch Tier, Daumen oder Blasen gefiltert wird. Das wäre eine logische Art, wie es nicht vegan ist. Und es gibt Prozesse, das nennt sich Schöne. Das heißt meistens, dass man bestimmte Geschmacksstoffe aus dem Wein raus haben will und den gleichmäßiger haben will. Das machen gerade... Ja, bestimmte Witterstoffe willst du gerade zum Beispiel beim Rotwein an sich drin haben. Aber man will möglicherweise, dass Weine sich ähneln. Das heißt, du machst Sachen, damit nicht jede Frage schon ein bisschen anders ist. Weil jemand, der im Supermarkt geht, der will den Wein, den er immer trinkt, und wenn du über Jahre lang den gleichen Wein produzierst, musst du Sachen mit dem jedes Mal machen, dass der so schmeckt. Weil die tauchen sich nicht jedes Jahr genau gleich runter. Und da gibt es zum Beispiel, dass man das mit Eiweiß... Also das nennt sich Schönen hat. Das ist ein Prozess, wo du den kleinen Eiweiß... Uh, der Rest Punished. Ich bin ja auch ein bisschen... Oh mein Gott, wie der hier... Oh mein Gott, wie der hier... Schon wieder ein Rest. Ja, jetzt... 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 jetzt grieetet er auf die Rest. Ja, grieetet mich wirklich, er frischen auf der Rest. Ja, genau, genau. Ja, das ist für mich auch sein letztes Game. Und das sind verschiedene Arten, wie es halt nicht vegan sein kann. Aber ich find's lustig, wenn man das anders schmeckt. Das ist halt so ein Sterni. Genau, es gibt immer einen Kastenständen, der auch nicht gut ist. Und es gibt legitim so einen schlechten Kasten immer mal. Vom Kumpel hab ich mir sagen lassen, früher gab's diese wunderbaren Sternis noch mit Hüteklassen. Und die auch unterschiedlich viel gekostet haben beim Späti. Ja? Wenn's mal immer die D-Ware gekauft hat, weil die 10 Cent billiger war oder so. Kenn ich nicht, wie lange soll das her sein? Zehn Jahre oder sowas. Aber ich hab vor 10 Jahren auch schon Sterne getrunken, das hab ich noch nie gehört. Okay. Vor 10 Jahren hab ich auch keinen Sterne getrunken, also. Ich hab vor 10 Jahren auch Sterne getrunken, also ich weiß es eigentlich. Nee, würde mich wundern. Aber doch, ich hab das mal gehört, dass Leute so von Buchstaben drauf waren gewacht. Also es war bestimmt länger als 10 Jahre her. Ja gut, kann auch sein. Aber dann ist das manchmal so. Ja, doch. Ja, doch. Das war ein eindeutiges Game 5 nach einem nicht eindeutigen Matchup. So. Warte mal, 2. Wurde er eingetragen? Ja, das war Game 5. So. Möchtest du noch eins spielen? Möchtest du noch eins spielen? Nein. Dann wäre. Dann wäre. Dann wäre es los. Dann Grand Final. Warte mal. Warte mal. Hatten wir es nicht gerade schon mal? Ja, könntest du sehen grad nicht da. Hatten wir es nicht gerade schon mal? Ja. Ja, der ist Winners Final. Ja. Was ein Zufall. Ey. So. Reverse 3Os sind glaube ich Jansen Nemzes. Es tut mir so leid. Jedes Mal. Also bei denen. Das war glaube ich das sechste oder sowas. Die ist so aus. Das ist so aus. So. 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 You have to go and to go. So. So. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wir hören so wie genau wie der es ist. Absolute Nemesis. Every single time. Na, nicht every time, aber... Ihr sollte Final Destination Counter picken. So, bitte Dennis einmal in Lichten. Das macht der ziemlich oft, fand ich nicht. Aber viel mehr als Backpacker kann ich nicht machen für Rest, er hätte die Hitbox so lange. Oder vor den Abwehr, genau so. Das kann man nicht sagen. Oder Pound, I guess, aber... Ciao. Ciao, ciao. Ciao. So, ja, Klassiker. Wurde dazu. Wurde. Wurde. Naja, das darfst du nicht. Aber Playoffs auch nicht. Ist da jemand zu gut fürs Spiel? Davils kannst du spielen. Komm für Berlin, nach Davils. Ist nicht so bald. Heute haben wir die Musik angelassen auf den Setups. Ich liebe es. Also ob alle gegangen sind und niemand ein Setup abgebaut hat? Naja, da steht alles noch. Das ist doch sehr faszinierend. Der Fernseher, der direkte auf der End steht. Der, wo das Heimglas neben steht. Der ist glaube ich lauter als euer Streamster. Das ist sehr faszinierend. Irgendein Match war das, wo du gespielt hast und irgendjemand, ich glaube, das war gegen Marley. Irgendjemand anders hat noch Puff gespielt im Hintergrund. Und andauernd habe ich einfach diese Puff-Death-Sounds gehört. Eieieieieieiei. Das ist sehr verrückt gewesen. Das ist wie Wiesbaden und Mainz. Sogar Wiesbaden. Nein, meine Hand ist gebannt. Was viel mehr nervt ist, dass alle auf Klo müssen immer an deinen Stuhl kommen, während du spielst. Du bist so gezielt in meinem ersten Dead-Set. Holy Shit. Auf jeden Fall den linken Platz nebenan. Die haben sich scheiße aufgebaut. Das ist so viel zu nah an der linken Wand, rechts ist viel zu viel Platz. So viel, das brauchen wir dann nie. Und hier ist ein Set-Up im Weg. Ich weiß nicht, warum nicht so weit nach. Aber gut, man denkt man nicht wo nach so. Und ich kann theoretisch den Tisch da auch noch eine ganze Ecke in die Richtung schieben. Man kann alle Tische einfach einen Meter nach vorne schieben. Das wäre kein Problem. Weil da kommt man ja wie sie durch an damit. Ja, ohne Probleme. No, not quite. Got three over three. Alright. Thank you. Willst du spielen? Uh, da spare ich mir, da spare ich mir. David. Are you leaving? Thank you for taking me, sir. Thank you. For everything. Everything. So. Hello. Fack gerade auf, ist das... Das ist jetzt der erste Mal, wo ich Konsti im Finale sehe, glaube ich. Das ist das erste Mal, dass ich ihn live im Finale sehe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist aber halt da nicht so auf hier. So. Was war das für den Serk? Wir haben gerade den Kahn-Dates. Wettel geführt? Äh, das ist der Gegenstart. Okay. Das war ein bisschen... Das waren die Stages. Ach du Schande. Erstmal Wettel geführt. Ich glaube, es ist der Sternbaum noch nicht. Die Gette ist weg. Was? Wir haben einen Sternbaum nicht. Wir haben einfach die Sponsoren generell nichts. Ach, Sponsen? Wir haben eine Home-Party gespielt oder Sponsoren bekommen. Wir haben sowas. Excuse me. Wir haben uns Sticker und sowas aufgeben. Immerhin. Sponsen von Sterni, also... Ach, das ist doch nicht Sterni. Eieieiei. FD, glaube ich. Das ist kein Sternis an. Gegen wen bist du überhaupt? Äh, FD, glaube ich. Ach so. Das, was jetzt gerade war, oder was? Ne, ne. Ah, okay, gut. Das, was jetzt gerade war, das... Das ist relativ egal. Ist das jetzt gerade noch aufwärmen, oder ist das schon Budget? Das sieht noch aufwärmen aus, oder? Das sieht noch aufwärmen aus, oder? Das sieht noch aufwärmen aus. Beide haben schon Stock verloren, ne? Nee, das sieht nicht aufwärmen aus, ne? So merkt man sich nicht aus. Aber wir haben beide schon einen Stock verloren. Ja, beide sind einfach runtergesprungen, deswegen frage ich. Vielleicht ist einer aus der Seen runtergesprungen, der andere mal Home-Stock. Äh, dafür war zu viel Zeit dazwischen. Ah, ja. Überlegen kurz. Gib mich wirklich nicht zur Home-Stock. Mach ich die so. Mach ich die so. Oh mein Gott. Und das Knie. Warte mal. Smatch-Up hatten wir da auch schon mal. Ah ja. Stimmt. Samy oder so. Oh mein Gott. Kannst du nicht mal eine Wunderzeit? Dennis muss nicht überweisen, dass es sechs Games gewinnt. Ah, easy. Nichts leichter als das. Er muss so spielen wie bei Game 3 vorhin. Wo er aufgedreht hat auf einmal. Oh mein Gott. Kannst du hier das Ultra-Gute nehmen. Und das Niveau halten. Easy. Puh, easy. Nichts leichter als das. Oh, da war der Falcon Punch. Not sure, ob der intended war. Wieso kann ich nicht so... Wer der? Muss man... Scrollen wir nochmal weiter runter? Achso. Weil du die neulich ausgewählt hast, wer gewonnen hat. Oh. Oi. Was ist da denn gerade passiert? Ich seh den Peach über den Bildschirm fliegen. Schon wieder. Halbe Sekunde weggeguckt und... Das klingt ne Peach. Im ersten Game. Das ist einfach so... Man guckt jetzt mal zwei Sekunden. Die sind auf einmal auf dem letzten Stock schon. Das ist... Gerade eben konnte man einfach so ne halbe Stunde lang weggucken. Und es war immer noch so ein 4 vs 4. Beide waren bei 147% oder so. Allerdings. Oh nice. Schön gewartet, bis er wieder runterfällt. Schuh. Der Falcon Punch Frame 1. Ja. So. Starland los. Wie Falcon immer alle zwingt in seinen Schritt zu gucken nach einem Match. Ist wirklich das Allerschlimmste. Ich rede von dir. Nein. Ich hab Falcon gesagt, warum guckt mich alle so komisch an? Ach so. Da war der doch immer diesen Move macht mit dem... Ich hab nicht Kunst gesagt, ich hab Falcon gesagt. Warum denkst du, ich hätte... Ich hab... Ich dachte irgendwie, du meinst die Kamera. Also, dass nach dem Game die Kamera gezeigt wird. Ach, die kommt irgendwie, aber... Nein. Das hätte key sein können. Oh, der Lid. Eieieieiei. Wer ist das, äh... Ist das Asta im Chat? Ja. Uh. Wir kommen jetzt mal ein gestörtes Game. Asta los. Asta los. Asta. Asta. Warte mal, das ist aber nicht, äh... Mozart-Anspielung, oder? Asta los. Asta los. Ain't no way, oder? Asta, wann kommst du mal wieder her? Asta oder wie ist da? Vielleicht Asta los. Ja, Asta los. Das ist ein Monster-Monster-Hunter. Achso, genau so. Also, halt ohne das er. Oh. Ich werd mein Asta los. Ne? Oh, ein Knie. Oh, ein Knie. Er wollte, er wollte Nippl-Spike machen, aber er hat leider reversed. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Solide rüber gesprungen. Nope, der Tag ist, glaube ich, älter als das Monster. Ei! Oh, die haben abgeguckt, ich verstehe. Oh! Oh, Hexter! Cap kommt verklagen. Sag mal, ja! Oder, ähm... Davies? Davies. Ähm, hat einer von euch, ähm, vielleicht, äh, eine Ladeparte für Lightning? Nein. Also, für iPhone? Aber da gibt es ein Schöneres. Absolut nicht, nein. Abo ist mit 4. Ne, das ist vielleicht... Oh! Ist das ein... Ist das kein Liegestütze? Äh... Ist das ein Liegestütz? Ist das auf dem Tisch? Anyone, if you have a... Es ist auf dem Tisch. Es ist auf dem Tisch. Es ist auf dem Tisch. Ich will es nicht beschreien. Kommt hier das Curse? Gibt es nicht? Ja, es ist immer kommentiertes Curse. Außer das eine Mal, wo es das nicht war. War es nicht auch Kosti, der da... Sollen das 4 mal was gehauen hat? Ja. Vorstockt. Oh! 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 153 und noch drin. Das sind die Liegestütze, glaube ich. Ich glaube, das sind die Liegestütze. Wo ist unsere Maus? Da ist unsere Maus. There we go. So, haben wir das Spiel hier überhaupt schon gestartet? Oder sitzen wir noch auf dem Wartepalz? Wir sitzen noch auf dem Wartepodest. Ei, 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 ei. Was ist hier denn los? So. So. Nehmen wir doch mal Charaktere aus für die beiden. Ey, man kann wirklich nicht weggucken bei diesem Matchup. So. Schon wieder Peach bei 120%. 140. Erster Stock weg. Halbe Minute vorbei. Erster Stock weg. Ei, 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 ei. Das sind die Löwe- Ich will sehen, was passiert. Geht's? Neidbot am Stizzle. Wie steht's? 1. 1. Oh mein Gott. Das Klieff war eingeschränkt. Das klief. Oh, Liegestütz hier. Das klief? Ja, das war ein Liegestütz. Was sind die Löwe? Was ist die Löwe? Oh mein Gott. ich weiß ich habe zwei sekunden weg geguckt da oben ist die maus so ich werde jetzt nicht verarscht werden hier so und noch ein knie das ist irgendjemand verarscht hat dann lassen wir etwas zu stehen dann kann es auch ja verbraucht tatsächlich nur es sind zwei minuten es sind zwei minuten vorbei ihr wart nach zwei minuten noch auf ein einziges stock war weg wenn überhaupt sind einfach anders sehr schöner konnte gewesen so einschlag wie hat das noch getroffen absolut solide auch noch etwas habe ich tatsächlich zum ersten mal glaube ich offensiv gesehen gerade ist also heute zumindest ja gut zum ersten mal knacken sehen sagen wir so der std war die für die aber mit er auf schaden auf schaden halt wenn du auf sich benutzt kriegst du dann du kannst du haben sie das drin gelassen oder haben sie spätere games rausgenommen so wo maus hey so und die liegestütze werden eingelöst ihr könnt es gerade nicht sehen aber glaubt es uns er zieht durch er zieht ohne probleme durch komplett solide so ach mensch ich glaube ich habe mich gerade verklickt das war ein misst klick so so jenny p6-hour gewesen alter wenigstens hat er mich nicht geschießt wie er es probiert hat der kleine weg so klären wir mal ja kommen das sieht ist gerade obsolet geworden glaube ich ich habe nichts ausgemacht was war das kommentarier herr bb ja 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 stream läuft noch sasquatch fettifus sagt danke für das kommentarier ich sage danke sasquatch fettifus so schau doch dann wachs immer dabei so ja ich verziehe mich aus dem kommentar sieht außer jemand will jetzt noch großartig sieger oder wer wer oder sowas machen mali 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 kriegst du wieder 2 Oh! Drei Euro, was? Was ist so? Warte mal. Ich hab 18, 9, 5, 4. Ey, nice, ich liebe das Gebieter, weil es ausgezahlt wird. Egal, was ich liebe. Aber wenn es da 2 Euro sind, ich finde es richtig gut. Erst hat 16 Euro, er ist ein Teil lieber. Ja, aber... Ich glaube, wir sind bei der Jahreszeit angekommen... ... dass man die Leute draußen nicht vorbeilaufen sieht. Absolut in Zeit. Wenn Sie die gute Kamera haben, sieht man das. Oh, scheiße! Ah, very unloving. Ich hab da gut so, dass ich die Kamera war. Ich hab nur noch gerade links. Wir filmen die. Ich hab noch ein COS gemacht und dann auch. Hier. Ich hab jetzt hier raus. Wuuu! Voll gut, die Tappe ist ja bestimmt nicht genau, dass ihr reinget habt. Hat er ja genug? Was war das? Was war das? Ja, ja, ja. Kann man auch nicht mehr. Das war wohl da, die Kasse. Ja. Was war wohl da, die Kasse? Ja. Aber das ist ja auch schon bei 8. Was ist Kasse? Ja, nein. Also, ja. Achso, Lendi. Ja, das ist hier oder was? Ich weiß nicht, was ich hab. Ich hab mir letztes Mal nach die Mischung exakt, wie man so mit dir immer... Okay. Ja, okay. Ich hab jetzt gekonnt, wie du die Beinein. Ja, das stimmt. Du war aber... Ja, das stimmt. Ich hab jetzt noch Kasse. Das ist so cool. Ah, geil. Das ist jetzt so. Das ist jetzt so. Ja, du kannst dich vorher darauf fahren. Ach so. Kann ich noch das machen. Ja, warte, mach du Schluss mit mir. Ach so. Ja, ich hab jetzt die Schüssel noch mal zurückzulegen. Ach so. Jetzt ja ich hab den Schüssel. Ja, der Kasse. Nicht der Dekutzen, niemand mehr. Das ist ja wohl geirrt, weil das ist ja nicht mehr. So, Sackabsohn, äh, fucksackab, boh, ja, ist noch mehr im Chat, haut Rheinland-Pfalz, Rheinland-Pfalz? San Francisco, Leute. Iiii, wo ist Rheinland-Pfalz? Haut Rheinland-Pfalz, okay. Oh, mein Arsch ist vom Kameran. Gérard Demarcheux, oh, der ist auch schön, der ist auch schön. Gérard Demarcheux? Der ist, oh, den muss ich mir merken. Alter, da hat Max endlich einen worthy Opponent. In a wild crocodile, Don Arne. In a wild crocodile. Holy shit. So, da kommt mit Leuten den Unterschied zwischen Alligator und Gruppe Dier. Sankt Spätersburg. Später See, hatten wir schon. Oh ja, Alligator will see you later. But a wild crocodile, I'll see you in a while. Das ist halt nicht so, bitte. Ja, mit Chat reden auf Stream Delay ist auch sehr, äh, immer lustig. Ich stelle dir vor, wie Streamer sich fühlen müssen, äh. Streamer, aber das ist nicht so. Vor allem, wenn der Chat auch noch so richtig durchballert und man dann, äh, ja, ja, absolut nicht. Das ain't me, das ain't me. Drei, dann Messages in a second. Absolutly ain't me. Man kann mir vorstellen, dass es auch so richtig halt noch Neuron-Aktivation macht. So, haben wir einige von den Sachen abgebaut, oder? Das ist nur noch die Tische hier. Die CAT ist auch. Ja. Ja, ja, ja. Warte mal. Das ist, dass jeder Sieg will. Garde, du bist hier die Ernstersinn. Sieh! Oh! Alles war geil, ja. Ich hab's so gefeiert. Vor allem später stehen... Chat, chat, ihr habt keine Ahnung, was gerade ich gesehen habe. Daumen, tante! So, ich mach mal 3 Maus. Bis Nedo. Ciao, ciao.